Aha. Ein Podcast für Neugierige und die, die es bleiben wollen. Mit Joram Schwarzmann und Marco Dirscherl. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 19. Episode. Nächstes Mal ist ein kleines Jubiläum. Heute ist Donnerstag, der 2. Juli 2020 und weil wir beide sehr neugierig sind, stellt einer von uns dem anderen am Ende jeder Episode eine Frage, die derjenige dann in der nächsten Folge beantworten darf. Und das machen wir immer abwechselnd. Und in der letzten Episode dürfte ich dir eine Frage beantworten. Weißt du zufälligerweise noch, um was es ging? Ja, es ging um die Kreislaufwirtschaft bzw. Bioökonomie. Das wollte ich von dir erklärt haben. Und das war ein ganz schöner Rundumschlag, aber sehr viele interessante Aspekte, die wir da angesprochen haben. Richtig, die du vorgestellt hast und wo ich immer mal wieder meinen Senf passenderweise oder unpassenderweise, wenn es du abgegeben habe. Ja, ich habe wie immer eigentlich bei der Recherche zu der Episode wieder jede Menge gelernt und war, wie ich zu wiederholen nicht müde werde, ob des Angebots unserer Bundesregierung, also des Informationsangebots unserer Bundesregierung sehr erstaunt. Ja, wir sind der kleine Bundesregierungs-Fan-Podcast. Deswegen, weil wir so gut befreundet sind mit der Bundesregierung, haben die ja auch unseren Podcast zum Anlass genommen für eine Informationskampagne, was ich dir heute geschenkt habe. Es gibt jetzt Poster mit Aha von der Bundesregierung. Das steht für Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Jetzt ist es auch endlich nach 19 Folgen klar, wofür dieser Podcast steht. Ja, danke Bundesregierung für diese Aufklärungskampagne. Jetzt wissen wir das auch endlich. Sehr gut. Ja, gut, folgerichtig bist heute du an der Reihe, mir meine Frage vom Ende der letzten Episode zu beantworten. Und soweit ich mich entsinnen kann, wollte ich von dir wissen, wie denn die ISS funktioniert. Ja, das war wie eigentlich immer auch so ein Thema, wo man dann ganz schön viel Informationen hatte. Das sage ich heute vor allem deswegen, weil ich mit Sicherheit den einen oder anderen spannenden Aspekt zu dem Thema nicht erwähnen werde, einfach weil irgendwann mein Dokument sozusagen voll war und es einfach genug Informationen war und ich dann aufgehört habe, weiter nachzulesen. Das heißt, ich bin mir sicher, dass es bestimmt noch die ein oder andere spannende Geschichte gibt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich auch ich ein paar ganz gute Sachen dabei habe. Deswegen ja, lasst uns loslegen. Die internationale Raumstation International Space Station, kurz ISS, hat auch einen russischen Namen, denn es ist ja international und jetzt versuche ich das mal auszusprechen hier. Meks abgekürzt, auf Kyrillisch aber MKC, weil das letzte Wort mit einem C dort, also ich weiß nicht, ob das ein C ist. Es sieht aus wie ein C, aber es rollt ja super von der Zunge. Ich habe es sogar geübt und das ist also, das ist meine Aussprache, mit üben. Genau, ist ein... Irgendwelche wütenden Brand-Mails von russischstämmigen HörerInnen bekommen. Ich hoffe, ich habe das gemacht in Anerkennung und wie sagt man, in Liebe und nicht in Hass. Denn das Wichtige ist, es ist halt eine internationale Raumstation und das heißt, es ist nicht ein rein europäisches oder rein amerikanisches Projekt, sondern es ist eine Vielzahl von Leuten daran beteiligt. Die Raumstation ist die zurzeit einzige ständig bemannte Raumstation, die wir haben. Und es ist ein gemeinsames Projekt von der NASA, das ist die amerikanische Weltraumbehörde, der ESA, das ist die europäische Weltraumbehörde, Roskosmos, das ist die russische Weltraumbehörde, CSA, das ist die kanadische Weltraumbehörde und JAXA, das ist die japanische Weltraumbehörde. Und wenn man sich so ein bisschen die großen Mächte auf der Welt gerade so anguckt, dann fallen einem ein paar Nationen auf, die nicht dabei sind, allen voran China. Und China ist nicht dabei, weil sie an einer eigenen Station arbeiten und es dementsprechend ein Veto gibt von den USA. Die wollen China nicht in diesem Verbund dabei haben, damit die Chinesen, also ich vermute, das liegt daran, dass sie eben nicht wollen, dass die Chinesen Erfahrung einer ISS sammeln und dann die eigene bessere Station launchen. Und es dann in Konkurrenz steht zu der Station mit amerikanischer Beteiligung. Nicht dabei sind auch Staaten, die jetzt mittlerweile in den Weltraum vorstoßen, wie zum Beispiel Indien. Ich nehme mal an, das hat auch historische Gründe, wenn wir gleich darauf kommen, wie es zu der Raumstation eigentlich gekommen ist. Also ganz allgemein lässt sich ja feststellen, dass in der Forschung und der Wissenschaft ja das mit der internationalen Zusammenarbeit immer noch mit am besten klappt. Dass da oftmals, das sehe ich ja nicht immer, und ich kann ja da nicht reingucken in diese Projekte, aber dass da die Politik als solches erstmal so ein bisschen sekundär behandelt wird. Die spielt sicher auch eine Rolle. Ja, wobei ohne quasi den Fall der Mauer und das Auflösen der Ostblockstaaten hätte es quasi die ISS so auch nicht gegeben. Es kommt dann gleich so ein bisschen in der Geschichte, aber es gab ja vorher die MIR, die russische Raumstation, und zu der hatten zum Beispiel ganz lange AstronautInnen von NASA und ESA und so keinen Zugang. Das kam erst später. Das heißt also, erst durch die Öffnung auch von Russlands gegenüber dem Westen und den Fall des Eisernen Vorhangs kam es dann, also durch Veränderungen in der politischen Lage wurde es erst möglich, dass man auf dieser wissenschaftlichen Ebene miteinander zusammenarbeitet. Aber seitdem klappt das ganz gut. Also zumindest habe ich nirgendwo etwas Gegenteiliges gelesen, dass es da irgendwelche interne Konkurrenz gäbe oder irgendwelchen Stress oder sowas. Ähm, 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 sondern da ist es eine ziemlich produktive Zusammenarbeit unter Teilung von, von Ressourcen und so weiter. Ähm, genau. Die, die Raumstation selber befindet sich auf einer annähernd kreisförmigen, äh, niedrigen Erdumlaufbahn, ähm, und hat eine Bahnneigung von 51,6 Grad. Und das bedeutet, das muss ich auch erst mal nachgucken, das bedeutet, wenn man die Äquatorlinie nimmt und sozusagen eine Scheibe auf der Äquatorlinie um den Globus rumlegen würde, ähm, dann ist um 51,6 Grad dazu geneigt die Umlaufbahn der ISS. Also. Die läuft dann also quasi in so einem bisschen, quasi mehr, bisschen mehr als 45 Grad Winkel zur Äquatorialebene, ähm, fliegt eben die ISS. Also quasi, also ist quasi die Äquatorialebene wäre Null Grad. Genau. Und sie ist halt versetzt. Genau. Okay. Und hat dabei eine entspannte Geschwindigkeit von etwa 28.800 Kilometern in der Stunde. Mhm. Und das bedeutet, dass sie die um Erde alle eineinhalb Stunden umrundet, äh, und zwar in östlicher Richtung. Das heißt, also sie kommt immer von Westen nach Osten, fliegt sie überein rüber. 28.000. Ja. Klingt erstmal ziemlich irrwitzig, ne? Ja, es sind, das sind ein paar Zahlen und, und generell Sachen, ähm, heute sind für mich absolut irrwitzig und, und kaum zu verstehen, dass das klappt und dass wir das machen, dass das einfach funktioniert. Ähm, die ISS befindet sich so typischerweise in einer Höhe von 370 bis 460 Kilometern. Ähm, das ist quasi immer noch, äh, in den äußersten Atmosphären Schichten. Also es ist schon ziemlich im Vakuum des Weltalls, aber es gibt dort immer noch vereinzelte Luftmoleküle. Ähm, das sorgt dafür, dass die ISS ganz, ganz sanft abgebremst wird davon, ähm, und es dementsprechend regelmäßig so eine Booster-Manöver braucht, um die wieder anzuheben. Ähm, dass sie wieder auf eine höhere Schicht kommt und halt nicht abstürzt. Ähm, dass sie gleichzeitig im Weltall, und die werden ungefähr alle sechs Monate ausgetauscht in, äh, in ihren Missionen. Und, ähm, grundsätzlich besteht die ISS aus vielen Modulen. Also sie ist modular aufgebaut und, äh, wurde eben von diesen verschiedenen Staaten, wurden diese Module konstruiert und dann zur ISS gebracht und aufgebaut. Ähm, und deswegen würde ich jetzt so ein bisschen über die Geschichte sprechen, ähm, wann es denn losging mit der ISS. Die ersten Pläne in Richtung von so einer internationalen Raumstation oder vor allem einer amerikanischen Raumstation gab es, äh, 1985. Da hat die USA große Pläne gehabt, ähm, die wurden aber so teuer, äh, schon noch in der Planungsphase, dass der Kongress die quasi komplett zusammengestrichen hat. Ähm, und, ähm, im Prinzip abgelehnt hat, äh, so dass die USA sich neue Wege suchen mussten, um diese Raumstation, äh, in die Wege zu leiten. Und das hat dann 1993 dazu geführt, dass die USA eine Vereinigung gebildet hat mit vielen anderen Staaten, ähm, eben mit Vertretern von NASA, ESA, äh, Roskosmos, CSA und JAXA, ähm, und dann wurde eben der Name ISS festgelegt. Äh, die Amerikaner wollten hier nämlich eigentlich Alpha nennen für die erste Raumstation im All, ähm, ähm, um auch so ein bisschen zu ignorieren, dass es eben schon die russische Raumstation hier gab, die schon im All war. Also Alpha mit 2L. Äh, 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 das ist auch gut, ja. Nee, das war so ein bisschen amerikanische, wie sagt man, Hubris, äh, äh, im Englischen, im Deutschen ist es, äh, Selbstüberschätzung so ein bisschen, äh, dass sie sagen, sie waren die Ersten mit einer Raumstation, aber waren sie eben de facto nicht. Und als es dann eben zu diesem internationalen Zusammenschluss gab, nach dem Fall der Mauer, ähm, haben vor allem die, äh, die Russen sich dagegen ausgesprochen, die Station Alpha zu nennen, weil sie gesagt haben, hey, wir haben, wir haben eine Station, ähm, ihr, das ist jetzt nicht die erste, die internationale. Äh, äh, und deswegen gab es dann den Namen ISS. Und dann hat es nochmal fünf Jahre gedauert, äh, was ehrlich gesagt verhältnismäßig wenig ist, bis der Bau im All, äh, losgegangen ist. Das heißt, äh, fünf Jahre, nachdem es sozusagen diese Vereinigung gab und den, den offiziellen Plan, dass man jetzt diese ISS bauen möchte, ähm, war schon das erste Modul im All. Und seitdem wurde eben daran gebaut. Ähm, äh, äh, wie eben schon gesagt, von den, von den beteiligten Agenturen wissen wir, dass eben die USA, Kanada, Russland und Japan dabei sind. Interessant ist, dass von der European Space Agency, ähm, also der ESA, ähm, nicht alle europäischen Staaten vertreten sind, sondern Spanien, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Italien, Dänemark, Norwegen und Schweden. Und wie die Briten es so gerne machen, ähm, waren sie am Anfang dabei, sind dann aber rausgegangen. Ähm, das heißt, sie sind nicht mehr Teil von dem ISS-Projekt. Ein ISS, ein ISS-Exit. Ja, aber das war schon vor dem Brexit, dass sie da keine Lust mehr drauf hatten. Mhm. Und, ähm, der letzte Stand jetzt gerade seit, äh, Juni 2011, ähm, sind 15 Module im All und, äh, die sogenannte Integrated Trust Structure. Das ist quasi der Aufbau, den wir jetzt kennen, wenn wir Bilder von der ISS sehen. Das ist seit Juni 2011 der Status. Es sind aber noch weitere Module geplant, ähm, unter anderem ein Roboterarm aus Europa und ein Labormodul aus Russland, was noch dazukommt. Ähm, und wo wir schon bei den Modulen sind, können wir uns ja mal angucken, wie die aussieht. Hast du eine Vorstellung davon, wie die ISS aufgebaut ist oder wie, wenn du sie beschreiben würdest? Ähm, naja, sie sieht, ähm, sie sieht aus wie so ein, äh, wie sagt man denn, wie so ein Kreuz, also, ähm, so ein kreuzförmiger Aufbau, wo die Module quasi so, naja, nach oben, also wenn man es jetzt mal von oben angucken würde, nach oben, äh, unten, links und rechts quasi, äh, angebaut werden und mit sehr großen, äh, Solarpanelen, ähm, ausgestattet. Also wie so ein, naja, ein Schmetterling wäre jetzt vielleicht übertrieben, ein hässlicher Schmetterling. Ich hab immer an den Buchstaben H gedacht, aber vor allem, es gibt eben diese Integrated Trust Structure, das ist sozusagen das Rückgrat von der ISS und davon gehen, ähm, an den Enden jeweils nach oben und unten zwei Solarpanels, also insgesamt vier Panels oder zwei, äh, jeweils zwei Paare an jedem Enden von diesen Panels ab. Und das ist für mich wie so ein Buchstabe H, das ist so das Rückgrat. Und dann in der Mitte von diesem H angedockt sind dann eben die eigentlichen Module. Und dieses Rückgrat, das ist nicht unter Druck, das bedeutet, das kann man nicht betreten ohne einen Raumanzug, ähm, und dort befinden sich halt, da arbeiten die Astronauten nicht, sondern nur, wenn sie eben zu irgendwelchen Außen einsetzen müssen. Ähm, und die Module sind dann der Bereich, die sind, und die stehen unter Druck. Ähm, da sind Lebenserhaltungssysteme drin, das bedeutet, da können die sich ohne Raumanzug aufhalten. Und das sind eben die Wohn-, Arbeits- und Forschungsbereiche. Ähm, und, ähm, da gibt es eben, äh, europäische, japanische, amerikanische und russische Forschungsmodule, die mit dazu zählen. Ähm, das russische Forschungsmodul ist noch nicht im All, aber eben, äh, das kommt bald, ähm, und was wir schon haben, ist, dass zuerst war das Amerikanische da, ähm, dann das Europäische und dann das Japanische, glaube ich, in der Reihenfolge. Ähm, und dann eben, äh, gibt es Quartiere, ein Modul für Quartiere, ein Modul, es gibt sehr viele Lagermodule. Wir haben vor der Aufnahme so ein bisschen über, über, äh, Keller aufräumen und so Sachen gesprochen. Mhm. Und, ähm, wenn man sich so die Timeline anguckt, welche Module hinzugefügt wurden, äh, wurden immer wieder Lagermodule angefügt, so wie jemand, der immer noch eine Hütte baut und noch einen Schuppen irgendwo ran und den Keller erweitert. Einfach, weil man so viel Kram hat, den man irgendwo aufheben muss. Und, ähm, so ein bisschen stelle ich mir das so vor auf der ISS, dass die halt ständig sagen, ey, wir haben keinen Platz, wir haben keinen Platz. Könnt ihr nicht noch ein Lagermodul raufschicken, was wir hier irgendwo ranflanschen? Naja, die, vor allem die, die Fahrt quasi zum, äh, zum Entsorgung, zu, wie sagt man denn, zum Entsorgungscenter oder zum Recyclinghof, äh, ist ja hier quasi alle sechs Monate. Also man muss ja, das Zeug ja irgendwo, irgendwo lagern, ne? Ja. Ja, aber so richtig, so richtig, ähm, so richtig, ähm, geräumig ist das ja trotzdem nicht, äh, also trotz der vielen Module, ne? Also für die Astronautinnen. Insgesamt, der Platz ist ungefähr, ähm, so viel in allen Modulen wie, äh, in einer Boeing 747 ist, glaube ich, die Zahl, die ich irgendwo, äh, mir aufgeschrieben habe. Mhm. Lass mich, ähm, genau, also die Spannweite der Solarpaneele ist ungefähr die, so groß wie die Spannweite von einem Airbus A380. Und, äh, der Innenraum ist ungefähr so groß wie, äh, so viel Platz wie in der Boeing 747. Natürlich ohne die Sitze, so wenn man eine Boeing 747 leer machen würde, da hat man den Platz so viel wie in der ISS. Ähm, und es ist schon einerseits, ne, so eine Boeing ist relativ groß, aber wenn man sich vorstellt, dass das für sechs Monate alles ist, was man am Platz hat, ähm, und man teilt sich das noch mit fünf anderen, dann ist das schon, ähm, gar nicht so viel. Also es ist schon, ist schon... Ja, also bei sechs Leuten, ja, ja, eben. Und vor allen Dingen, äh, nicht viel im Sinne von, ähm, so, so Kopffreiheit. Das ist ja nicht so, als würde man jetzt hier in einem gewöhnlichen Raum stehen, mit entsprechend viel Freiheit noch oben links und rechts. Genau, sondern man ist eigentlich immer, irgendein Körperteil berührt immer mehr oder weniger irgendwas anderes. Ähm, das Schöne ist ja, durch die Schwerelosigkeit ist man wahrscheinlich, ähm, ein bisschen flexibler, wie man sich da drin positioniert. Aber, ähm, trotzdem, ganz schön eng. Und auch auf den Fotos, die wir auch verlinkt haben, unten in einigen von den Linksten Fotos zu sehen, merkt man halt, da ist einfach nicht besonders viel Platz, äh, in der, in der ISS. Ähm, genau. Dann, was noch, ähm, was noch wichtige Teile sind von der ISS, sind die Roboterarme. Ähm, vor allem von Kanada gibt es, äh, einen wichtigen Roboterarm, der Kanadarm 2, oder, also der, das wird so zusammengeschrieben. Klingt im Deutschen, glaube ich, noch schlimmer als im Englischen, der Kanadarm 2, äh, oder Kanadarm, 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 ich weiß gar nicht, was auf Englisch gesprochen wird. Ja, das ist auf Englisch kombiniert aus Kanada und Arm, quasi. Genau. Okay. Kanadarm 2. Unglücklich im Deutschen, ja. Ähm, der ist besonders wichtig, weil das ist ein ganz großer Außenarm, der sich, der von innen gesteuert werden kann und damit kann man ganz viele Reparaturen oder, ähm, Aufbauten außen bewerkstelligen, ohne tatsächlich in dem Raumanzug raus aus der ISS zu müssen. Das heißt, dieser Arm, äh, war essentiell gerade für den Aufbau, der kann bis zu 10 Tonnen bewegen und der hat dann quasi diese Module, ähm, zueinander orientiert und, und angedockt und so, ähm, also war quasi der integrierte Kran zum, zum Aufbau und wird halt auch jetzt ganz viel eingesetzt. Da wird auch zum Beispiel dafür eingesetzt, die AstronautInnen, ähm, um die ISS herum zu bewegen. Das heißt, sie werden da vorne an diesen Arm ran geschnallt und dann von innen gesteuert an den Arbeitsort gebracht, wo sie dann, ähm, in ihrem Außeneinsatz was reparieren oder irgendwas einstellen oder so. Ähm, Japan hat auch einen Roboterarm hinzugefügt, der ist vor allem am japanischen Forschungsmodul wichtig, weil, ähm, das Forschungsmodul hat eine Außenplattform, wo Experimente quasi im Weltall gemacht werden können. Die eben nicht geschützt sind, das heißt, die kriegen die Strahlung ab und die kriegen die, ähm, die, das Vakuum und, äh, ab und die Kälte und all das, ähm, und um diese Experimente zu manipulieren, gibt es einen sehr feinfühligen Arm, ähm, den die Japaner gebaut haben und die Europäer bauen eben auch gerade an einem Roboterarm, der da demnächst hochgeschossen wird und dort, ähm, ja, zum Einsatz kommt und das quasi erweitert, um noch mehr Sachen außerhalb der, der, der ISS machen zu können. Ähm, ähm, das sind so, so die wichtigen Sachen für die Module und dann gibt es halt diese Integrated Trust Structure und ich hab, selbst in den deutschen Artikeln wurde es immer so genannt, deswegen hab ich keine gute deutsche Übersetzung dafür. Ähm, also, ähm, eben dieses Rückgrat, das hat halt vor allem die Funktion, dass die ganzen technischen Aufbauten beisammen zu halten, eben die Solarpanel, ähm, aber auch Sachen wie wissenschaftliche Experimente, bestimmte Detektoren sind darauf zum Beispiel angebracht, die ins All schauen und Sachen messen. Ähm, ähm, und was ich überhaupt nicht wusste, ähm, dass das nötig ist, sind Wärmetauscher. Es gibt einen Haufen Wärmetauscher auf der ISS, denn, ähm, die ISS, äh, nimmt unglaublich viel Energie von der Sonne auf, ähm, und heizt sich dadurch auf. Ähm, und gäbe es diese Wärmetauscher nicht, die die ganze Zeit Energie, äh, Wärme abstrahlen, ähm, dann würde die ISS halt sehr schnell überhitzen und wäre nicht mehr wirklich bewohnbar. Und das ist was, das, äh, war mir komplett unbewusst. Ich hab gedacht, ne, Weltall ist kalt, da wird das von alleine quasi, da muss man nicht viel machen, aber, ähm, es wurden quasi mit der kontinuierlichen Erweiterung der ISS auch immer mehr Wärmetauscher hinzugebaut. Das heißt quasi genauso wichtig wie Solarpaneele sind die Wärmetauscher. Wo tauschen die die Wärme denn hin? Ins All. Die strahlen die quasi ab, wie so, ähm, ja, wie so ein Radiator, wie so ein Heizkörper. Ähm, wird das einfach, ja, also, ne, aber ich meine, du hast ja recht, es geht nicht an Luft oder sowas. Ja, klar. Es geht nicht an Außenmedium. Genau, und für das Ganze, wenn man sich das mal angucken möchte, wie das aussieht, habe ich auch unten in den, in den Shownotes einen Link zu einer Animation auf YouTube, wo ein YouTuber, ähm, den gesamten Aufbau am Computer animiert hat und da sieht man sehr anschaulich, welche Teile zusammengekommen sind, ähm, und vor allem, wie die ISS so ein bisschen immer die Form nochmal verändert hat während des Aufbaus. Also, ähm, aus Stabilitätsgründen war das halt nicht von Anfang an gleich dieses H mit den Modulen in der Mitte, sondern es war dann erst nur die Hälfte, ähm, dann davon da und die Solarpaneele waren sozusagen symmetrisch aufgebaut und dann wurden sie dann, wenn mehr als mehr dazu kamen, wurden die dann halt auf die eine Seite aufgeräumt sozusagen und dann die neue an die andere Seite gebaut und so. Ähm, ist ganz spannend zu sehen, ähm, wie eben diese ganzen Sachen zusammenkommen und was es da alles gibt. Also, es gibt dann alleine so Sachen, wo man, die mir halt überhaupt nicht bewusst waren, wie halt Adapter. Es gibt halt, um von den russischen Modulen und deren Anschlussports auf die amerikanischen Module zu gehen, braucht es halt einen Adapter, ähm, weil die halt mit unterschiedlichen Techniken bauen. Und dann gibt es eben, äh, unter Druck stehende, ähm, Adapter, die dann einen Koppeln ermöglichen. Äh, und insgesamt können an die ISS, äh, fünf Raumschiffe andocken, ähm, also Transporter. Und, ähm, die bleiben eben auch ziemlich lange immer angedockt, ne, die fliegen, weil es ja keinen Sinn macht, die quasi anzudocken und dann leer zurückzufliegen, ähm, bleiben die halt dran, bis, äh, bis wieder Astronauten oder Material zurück zur Erde geschickt wird. Das heißt also, zusätzlich zu den ganzen Modulen hängen halt auch immer eine unterschiedliche Anzahl von Transportern angedockt an der, äh, an der ISS dran. Wobei ich das ja auch schon erstaunlich finde, dass, dass es halt Adapter braucht, weil man sollte ja meinen, dass sich bei einem so internationalen Projekt, äh, man sich zumindest, was die Verbindungs-, also man muss sich ja, was die Verbindungsstellen betrifft, auf einen Standard einigen. Da geht's ja jetzt nicht nur um die physische, äh, um den physischen Verbund, da geht's ja auch um Datenaustausch, da geht's ja auch um, äh, Lebenserhaltungssysteme, Strom, etc., pp. Okay. Das Einzige, ich habe keine gute Antwort dazu gefunden, aber das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist so ein bisschen, ähm, eine, eine funktionelle Redundanz zu haben, im Sinne von, wenn, angenommen, das amerikanische Kopplungssystem hat irgendeinen Serienfehler, also da ist einfach was nicht vernünftig bedacht, dann sind halt nur die amerikanischen Kopplungsstellen betroffen und nicht alle. Dann sind wenigstens die russischen okay. Ähm, genauso gibt es für die Lebenserhaltungssysteme amerikanische und russische Systeme, die, ähm, sozusagen redundant voneinander arbeiten, sodass, wenn eins dieser Systeme Probleme hat, durch deren technische Funktionsweise, wie die gebaut sind, ähm, bedeutet das nicht, dass gleich alle Systeme gefährdet sind, diesen Fehler zu erleiden. Ähm, und das kann ich mir vorstellen, warum man das quasi in Kauf genommen hat, dass man, ja, ich habe mich auch gefragt, warum macht man nicht quasi einen vernünftigen Universalanschluss, an den alle, äh, andocken können, aber, ähm, ja, haben sie ja eben nicht gemacht und ich glaube, so ein, ein Punkt, der auch dort reinspielt, ist so, so ein bisschen so eine technische Entwicklung. Ähm, ich glaube, die Russen hatten halt schon sehr viel Erfahrung über die MIR und haben wahrscheinlich viel Know-how von da mitgebracht, äh, auch in ihrer, in dem Design ihrer eigenen, äh, Teile, ähm, was die Amerikaner oder auch die Europäer und Japaner eben nicht so hatten, ähm, weswegen die dann eigene andere Lösungen entwickelt haben. Ähm, und dann wurde auch quasi während der Aufbauzeit gab es ja auch noch technische Weiterentwicklung, ähm, so als jetzt zum Beispiel SpaceX, äh, mit eingestiegen ist und, äh, Kapseln gebaut hat, die die ISS versorgen konnten, mussten auch die Andock-Ports mit erweiterten, ähm, ja, Technologien versehen werden, damit diese automatische Andockung funktioniert. Ähm, und vielleicht spielt auch das da mit rein, ne, warum das nicht alles das Gleiche ist, weil Sachen schon weiterentwickelt worden sind in der Zeit. Ähm, ja, das heißt so, so, das ist so jetzt der, der grobe Aufbau, was es da alles gibt, ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den, ähm, Menschen da drin, ähm, üblicherweise sind, äh, sechs AstronautInnen an Bord der ISS, ähm, das war nicht immer so, gerade am Anfang, als sie im Aufbau war, gab es eben gar nicht die Infrastruktur für so viele AstronautInnen, ähm, deswegen gab am Anfang war die ausgelegt für zwei Menschen, ähm, und dann mit der Zeit konnten dann eben mehr AstronautInnen dazu, dann war es eine ganze Weile waren es drei und, ähm, mittlerweile eben sechs. Dazu muss man aber sagen, ähm, kurzzeitig bei, beim Crew-Austausch, äh, können bis zu neun Personen gleichzeitig auf der ISS sein, ähm, was dann wahrscheinlich sich echt eng anfühlt und wahrscheinlich sind die, die verbleibenden sechs froh, wenn die drei wieder zur Erde zurückfliegen. Ähm, und auch diese Anzahl von drei Leuten auf einmal ist einerseits bedingt mit dem Expedition, so heißen die Missionen zur, zur ISS, die sind halt sozusagen überlappend gestaltet, dass immer, äh, quasi drei, drei Leute fliegen hoch, bleiben sechs Monate da, nach drei Monaten kommen drei andere dazu und, äh, die drei, die vorher schon da waren, gehen weg, so dass man immer so eine Überlappung hat und das ist eben die Kapazität von AstronautInnen in den Raumschiffen, die da hochfliegen, zu denen wir gleich noch kommen. Ähm, und das bedeutet auch, äh, deswegen sind immer mindestens, ähm, zwei von diesen Raumschiffen angedockt an die ISS, weil das quasi auch die Notkapseln sind, was man so aus Sci-Fi-Filmen kennt, ne, alle schnell in die Notfallkapseln, das sind quasi die, äh, deswegen sind zwei immer angedockt, damit falls, ähm, die ISS evakuiert werden muss, dass genug Raumschiffe da sind, um die Leute auch tatsächlich zur Erde zurückzubringen. Ähm, an Bord gibt es immer einen Kommandanten, ähm, der ist immer für eine Expedition der Kommandant und eine Expedition dauert immer, ähm, zwei bis vier Monate, ähm, und üblicherweise bleiben die eben jeder Astronaut, die Astronautin bleiben zwei Expeditionen lang an Bord, was dann eben ungefähr drei, äh, sechs Monate sind, ähm, und immer für diesen zwei bis vier Monate langen Abschnitt gibt es einen Kommandanten und alle anderen sind Bordingenieure, was ich auch ganz witzig fand, dass sie eben nicht Astronauten heißen oder WissenschaftlerInnen oder irgendwas, sondern das sind Bordingenieure und es gibt den Kommandanten, ähm, der erste deutsche Kommandant, von dem hast du bestimmt gehört, ist Alexander Gerst, der quasi der glatzköpfige, berühmte, wollte ich gerade sagen, das war der, ähm, erste deutsche Kommandant an Bord der ISS, der eben für eine Expedition lang das Sagen hatte, ähm, dann gibt es aber noch andere Leute, die auf die ISS können, die nicht AstronautInnen sind von den verschiedenen, äh, Raum, Weltraumagenturen, ähm, denn man kann sich für schlappe 20 Millionen Dollar ein Ticket zur ISS kaufen und das haben schon einige Multimilliardäre gemacht, ähm, unter anderem, ich habe mir jetzt nicht die Namen genau aufgeschrieben, aber das sind so Leute wie zum Beispiel der Spielentwickler von Ultima Online, der damit einen Haufen Geld verdient hat, das ist so ein Rollenspiel, ähm, der hat irgendwann in den 90ern hat er mit dieser Spielentwicklung angefangen, das lief alles ziemlich gut und der ist halt jetzt extrem reich und der wollte immer mal ins Weltall und der hat, da hat er sich für 20 Millionen ein Ticket geklickt, ähm, und zum Beispiel auch ein Mitentwickler von Debian, ähm, und der dann auch an anderer Software mitgeschrieben hat und auch glaube ich mit von Microsoft gearbeitet hat und so, hat auch genug, äh, Geld auf der hohen Kante gehabt, um mal zur ISS zu fliegen. Diese Weltraumtouristen bleiben üblicherweise nicht länger als eine Woche oder zehn Tage an Bord und müssen auch durch so ein Training durch und Gesundheitschecks machen, aber bei weitem nicht das gleiche wie halt die AstronautInnen, ähm, aber trotzdem fliegen sie da hoch mit den gleichen Raumschiffen, mit denen die Astronauten fliegen und, ähm, verbringen dann da Zeit und machen auch ein paar kleinere Experimente, also die werden dann ausgebildet, ähm, da bestimmte, also auch produktiv dabei zu sein. Die sind nicht nur da im Urlaub und rennen mit ihren Kameras rum und machen, ähm, Bilder von den AstronautInnen bei der Arbeit, so wie so deutsche Mallorca-Touristen oder so, ähm, die müssen schon mit anpacken, aber natürlich irgendwie auf einem niedrigeren Level als die ausgebildeten AstronautInnen. Ähm, ja, äh, ansonsten habe ich, ähm, genau, wollte ich eigentlich immer so ein bisschen dazwischenstreuen, so ein paar, äh, Zahlen und Fakten, ähm, zum Beispiel, wie lang die ISS eigentlich ist. Die ist etwa 108 Meter lang, ähm, ähm, äh, und das ist etwa so groß wie ein Fußballfeld und weil ich Fußballfeld als Größenanordnung immer so blöd finde, ähm, habe ich auch noch ein paar andere Sachen da, für Leute, die vielleicht kein Fußball mögen, das sind ungefähr zweieinhalb Handballfelder, zwei olympische Schwimmbecken oder ungefähr einmal die Distanz beim 100-Meter-Sprint. Was ist, wenn man mit Sport überhaupt nichts am Hut hat? Dann hoffe ich, dass die Zahl 108 Meter, ähm, genug Anhaltspunkte liegt, um sich vorzustellen, wie groß das ist. Ähm, dieser kanadische Arm, der Kanada-Arm 2, der ist ungefähr, der ist 17 Meter lang, also ein Fünftel davon, ähm, und transportiert Sachen da rum. Ähm, und eine andere Zahl zum Beispiel, ähm, die AstronautInnen, die am längsten insgesamt, auf der ISS war, nicht zusammenhängend, sondern in mehreren Missionen, ähm, war Peggy Whitson, die war insgesamt, oder, äh, möchtest du mal schätzen, wie viele Tage sie insgesamt auf der ISS war? Okay, wenn... Sechs Monate ist so üblich. Ja, ja, klar, wahrscheinlich hat sie dann, hat sie dann irgendwie, äh, zwei Missionen gemacht, oder mindestens eineinhalb, und, ja, ich schätze mal so 250 Tage. Sie war insgesamt 665 Tage an Bord der ISS, sie war zwei Jahre im Prinzip, ähm, ab der ISS, nicht am Stück, nee, aber im Prinzip viermal ein halbes Jahr. Okay, okay, aha, ich dachte, sie ist am Stück, das ist eine lange Zeit, also ich, ähm, das muss man schon mögen. Da muss man, da muss man Bock drauf haben. Ja, weil, äh, wie gesagt, ich, äh, ich hab sowieso so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich klaustrophobisch veranlagt bin, aber, ähm, ja, ich glaube, das wäre eigentlich das Schlimmste, diese, diese Enge auf Dauer. Ja, und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die da 24 Stunden reinste Bergluft einatmen, sondern die haben zwar, die haben halt aufwendige Luftaufbereiter, Aufbereitungsanlagen an Bord, aber im Endeffekt, ähm, atmen die ja immer die gleiche Luft, also, die wird ja nur wieder mit Sauerstoff angereichert und, äh, Kohlendioxidfilter, aber ich weiß nicht, wie das da, naja, wie das da riecht. Da hab ich sogar einen Fakt für, wie das da riecht, ähm, ein Astronaut hat es beschrieben, dass, äh, das, es gibt ja manchmal den Effekt, dass man, ähm, an einen, an einen anderen Ort kommt und das, was man da riecht, erinnert einen auf einmal an einen bestimmten Ort, äh, und das ist dann genau diese Mischung aus Gerüchen und, äh, der Astronaut, äh, meinte, als er mal ein Gefängnis besucht hat, da hat er genau diese Kombination aus Gerüchen getroffen, die er auf der ISS gerochen hat. Das ist nämlich so eine Kombination aus Desinfektionsmittel zur Reinigung, Körpergeruch und, äh, Abfall, ähm, das ist ja da irgendwo gelagert. Keine, keine sehr vertrauenserweckende, äh, Beschreibung. Ja. Das ist viel länger in der Luft als, äh, auf der Erde, weswegen halt auch so ein, so ein Körpergeruch viel länger irgendwie da zu riechen ist. Ähm, genau. Äh, deswegen, und wo wir vielleicht gerade beim Thema so, so Gerüche sind und sowas, hab ich auch Geräusche mitgebracht. Und ich will dir mal ein Geräusch vorspielen und würde, ich würde gerne mal von dir wissen, ähm, was das für ein Teil auf der ISS ist, ähm, welches, welches Gerät, welchen Teil der ISS, welche Maschine hören wir da? Okay. Was ist denn? Entweder ist es ein Kobold-Staubsauger vorweg oder die Toilette vielleicht? Vielleicht? Ja. Ja, die Toilette ist es tatsächlich. Ähm, das ist nämlich, und die funktioniert halt wie ein Staubsauger, weil man eben nicht möchte, dass, man hat ja bestimmt schon die Bilder gesehen, ne, Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit, die in so Kugeln durch die Gegend wabern, das möchte man nicht auf der Toilette erleben. Ähm, deswegen macht man sein Geschäft quasi in einen Staubsauger hinein, ähm, der so klingt. Ähm, ich hab auch einen Artikel verlinkt, wo man ein paar Fotos sieht, wie das aussieht. Das ist im Prinzip so ein Kasten und dann steht da so ein Metallzylinder mit so einer ziemlich kleinen Öffnung obendrauf, ähm, und so ein, so ein Schlauchanschluss, äh, der dann eben das Geschäft absaugt, äh, und zur Wiederaufbereitung bringt. Du entromantisierst wahrscheinlich gerade die Vorstellung, äh, des Lebens im All vieler unserer ZuhörerInnen, indem du den, den Toilettenvorgang beschreibst. Ich glaube, es ist auch eine der häufigsten Fragen an AstronautInnen, wenn die zurück sind. Also, wie funktioniert denn das mit der Toilette im All? Ähm, das war jetzt eine Aufnahme, die hat der Chris Hatfield gemacht, den vielleicht auch der ein oder andere kennt. Ähm, der hat, äh, ist ein kanadischer Astronaut, der hat eine Gitarre mit nach oben genommen. Ja, wollte ich sagen, ist das dieser singende Astronaut, der ja. Genau, das ist der singende Astronaut, der in dieser Aussichtskuppel ein Video gemacht hat und da einen David Bowie Song gespielt hat. Und der hat halt auch dafür ein Aufnahmegerät mitgebracht und damit ist er durch die ISS geschwebt und hat an allen möglichen Stellen Geräusche aufgenommen. Ähm, und auch die sind unten verlinkt in den Shownotes. Ähm, ja, das meiste, muss man sagen, hört man vor allem, äh, Lüftergeräusche und so, so, ja, so ein Hintergrundbrummen die ganze Zeit. Ähm, das, manche Leute so angenehm finden, dass man auch auf YouTube, äh, eine 12-Stunden-Version findet von Hintergrundgeräuschen der ISS, wo jemand quasi aus diesen Aufnahmen Stücke rausgeschnitten hat, ähm, die zusammengemischt hat, sodass man zu Hause sich die ISS anhören kann zum Entspannen. Ähm, Space Oddity hat er gespielt, David Bowie. So hieß das. Ähm, ja, es hat aber jetzt auch nichts. Also ich meine, so als alter Trekkie, ähm, weiß man ja, wie zum Beispiel die, die Enterprise klingt. Ja, also dieses, dieses permanente Hintergrundgeräusch auf der Brücke. Äh, so klingt das, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube, das ist auch eine etwas romantisierte Vorstellung davon, wie die, wie so eine Raumstation klingt. Es ist einfach so, wie wenn man einen sehr lauten Desktop-Rechner hat mit großen Lüftern, der auf volle Pulle läuft, nur dass das überall um einen rum ist. Quasi. Geil. Man ist halt auf der ISS in einer Maschine drin. Ähm, und diese Maschine muss halt Luft die ganze Zeit rumpumpen. Man braucht die ganze Zeit eine aktive Lüftung, ähm, auch zum Schlafen, weil sich sonst quasi so eine Blase aus Kohlenstoffdioxid um den Kopf rum bilden würde, weil das quasi keine eigenen Luftbewegungen gibt. Und deswegen muss man immer einen Lüfter haben, der die ganze Zeit bläst. Und deswegen hört man die ganze Zeit Lüfter überall, äh, um zu verhindern, dass man irgendwo Gasblasen hat, die sich ansammeln, was man halt nicht haben möchte. Ähm, Das ist schon verrückt. Also, das ist ja, glaube ich, auch, dass, ähm, weil du schon sagtest, die Fragen, die man den Astronautinnen dann am häufigsten stellt, glaube ich, sind dann tatsächlich eher so die Dinge, mit denen man sich auch identifizieren kann. Eben so die Tätigkeiten des Alltags, ähm, eben Toilettengang, ähm, waschen, äh, essen, schlafen, sportliche Betätigung, etc. Ja. Ähm, genau. Ähm, nachher habe ich noch ein Geräusch, äh, da können wir dann bei der nächsten Gelegenheit drüber sprechen. Jetzt wollte ich erst mal über die Raumschiffe sprechen, ähm, mit denen Sachen und Menschen zur ISS gebracht werden. Ähm, willst du mal ein paar Raumschiffnamen sagen? Und Raumschiff, finde ich, klingt immer so schön nach Zeiten. Ja, das klingt, das klingt super. Und so werden die auch kapseln, was dann sehr viel weniger eindrucksvoll ist. Ja. Aber fallen dir da welche ein? Naja, am, am prominentesten, äh, ist, ist ja, äh, Space Shuttle. Mhm. Das ja vor längerer Zeit, ja, in den Ruhestand geschickt wurde. Und 2011. Äh, 2011. Und wenn ich mich nicht irre, gab's dann lange Zeit keine bemannten Flüge mehr zur ISS, oder? Doch, doch. Äh, die sind ja seit 2011 die gleichen Leute. Ne, ich meine... Doch wie eine Astronautin mit den langen Tagen. Ne, ich meinte, ähm, was war denn da? Ich meine, es ist, es flogen ja, es flogen ja, ähm, ähm, Ferngesteuerte, also auch die ESA, jetzt weiß ich immer nicht mehr, wie dieses Modul heißt. Ähm, die ESA fliegt auch so ein, so ein unbemanntes Versorgungsschiff. Von der ESA weiß ich nicht, wie das Versorgungsschiff heißt. Ich weiß, äh, die Japaner haben eins, das heißt HTV-9 und die Russen haben eine Progress-Kapsel, ähm, dass halt die unbemannt sind, die da hochfliegen. Ähm, ähm, aber ja, für quasi die Amerikaner und sozusagen westlichen Agenturen haben lange das Space Shuttle eingesetzt, bis dann eben durch den großen Unfall der Challenger, glaube ich. Ähm, ähm, die explodiert ist, ähm, äh, wurde dann das Shuttle-Programm eingestellt und nicht ersetzt bis, bis jetzt. Ähm, aber lange war eben das Space Shuttle der ein wieder benutzbarer Transporter, mit dem Menschen und vor allem auch Module und solche Sachen nach oben gebracht worden sind. Ähm, das hatte ja hinten diese große Ladeeinheit und da hat dann eben so ein Modul reingepasst, ähm, und das wurde damit nach, äh, ins All geflogen. Ja, aber dann flogen dann, aber dann sind ja eigentlich nur mehr, wer, wer kann denn da bemannte, also wer kann denn da Leute auch schicken? Die Russen? Die Chinesen? Ja. Sowieso, die sind ja nicht dabei. Dann können sie nur die Russen sein, oder? Genau. Und seitdem haben quasi, seitdem es das Space Shuttle nicht mehr gibt, haben die Russen den kompletten Transport von Menschen übernommen mit den Soyuz-Kapseln. Ah, okay, ja. Ähm, von denen man vielleicht auch ab und zu mal gehört hat irgendwo in den Nachrichten. Ähm, es gibt, die Russen haben die Eigenschaft, dass sie ihre Raketen so nennen, wie die erste Ladung, die damit transportiert worden ist. Das bedeutet, es gibt Soyuz-Kapseln und Soyuz-Raketen. Ähm, dann nur, äh, zur Erklärung. Genauso gibt es die, ähm, äh, genau, und dann gibt es noch die Proton-Raketen, ähm, von den Russen, ähm, die eben, ja, das sind dann andere Raketen. Aber es gibt eben die Soyuz-Raketen und Kapseln, ähm, und damit, da passen immer drei AstronautInnen rein und die haben jetzt, äh, über Jahre hinweg den gesamten, die gesamte Menschen, äh, Menschentransport übernommen, ähm, zur ISS. Und es sind auch Soyuz-Kapseln, die quasi als Rettungskapseln angedockt an der ISS hängen, ähm, als Notfall. Mhm. Aber jetzt, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr war, aber ich glaube, dieses Jahr, jetzt vor kurzem, gab es einen neuen, ähm, Spieler, der das Spielfeld betreten hat. Das war ja mein, das war ja der Anlass, äh, wieso ich dir die Frage gestellt habe, weil das war nämlich gerade in den Nachrichten der erste bemannte Flug, äh, einer Dragon, äh, Kapsel von, äh, eines Dragon-Raumschiffs, Entschuldigung, äh, von SpaceX. Ja, da gibt es nämlich, äh, die Dragon-Raumschiffe fliegen schon eine ganze Weile, aber immer unbemannt und jetzt gibt es die erste Crew-Dragon, die eben zwei Astronauten in dem Fall. Meine Güte, sieht das Ding spacig aus. Also das ist mal ein, 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 ein Raumschiff, eine Kapsel, die den Namen Raumschiff wirklich verdient. Also da haben sie auf jeden Fall, äh, viel Gedanken und Mühe in den Look von dieser, ähm, von dieser Kapsel, sag ich mal, von diesem Raumschiff gesteckt. Denn es ist alles ein weißes Interior und, ähm, sehr einfache Kontrollen und, äh, überall alles, weiße Paneele und sowas, sodass alles schön versteckt ist. Ähm, ich hab mir mal angeguckt, wie so eine Soyuz-Kapsel von innen aussieht und das ist halt nicht so, das ist halt so hundertprozentig funktional, da ist es nicht, nichts darauf ausgelegt, dass es schick ist, sondern so, dass es funktioniert. Dafür ist es aber auch eine der zuverlässigsten, äh, Raumschiffe jemals, hat etliche Missionen gemacht. Insgesamt wurden, ähm, mittlerweile 240 Menschen aus 19 Ländern auf die ISS und wieder zurückgebracht. Ähm, und ein Großteil davon halt mittlerweile mit den Soyuz-Kapseln. Ähm, das heißt, sie sind also wirklich sehr robuste Arbeitstiere. Die starten vermutlich, äh, von Baikonur aus, oder? Von diesem, äh, Weltraumbahnhof da in, in, in Kasachstan. Genau. Und landen auch wieder, ähm, in, ich weiß nicht, ob es in Kasachstan ist, aber auf jeden Fall in den unbewohnten Bereichen, ähm, quasi so im mittleren Osten der Russlands, wo halt relativ, äh, wenig Besiedlung ist. Das ist der Bereich, wo dann die bemannten Raumschiffe zurückkommen. Und auch da habe ich ein Video, äh, verlinkt, ähm, wo man sieht, wie das aussieht, wenn so eine Soyuz-Kapsel zurückfliegt, weil die Starts, hat man ja häufig gesehen, ne, große Trägerraketen, sehr, sehr laut, viel Feuer und Rauch und dann fliegen die langsam nach oben, ähm, und machen dann, werden dann quasi sozusagen losgelassen und fliegen dann auf ihre Umlaufbahn bis in der Nähe der ISS sind und dann andocken, automatisch oder halbautomatisch oder auch manuell, je nachdem, was das für die Kapseln sind. Aber besonders spannend fand ich das Landen, ähm, denn wenn die erstmal abgedockt sind, dann fallen die ja zur Erde zurück, diese Kapseln. Und die bestehen aus drei Teilen. Die haben sozusagen, in der Mitte ist der Teil mit den Menschen drin, das ist der, der es bis zum Boden schafft und dann gibt es aber noch Teile, ähm, davor und dahinter, die, äh, erstmal da zum Stabilisieren und zum Einstellen der Flugbahn da sind, aber die dann irgendwann abgesprengt werden, ähm, und dann stürzt halt diese Kapsel nach unten, hat vorne ein Hitzeschild dran, ähm, so, und, äh, was eben wegbrennt durch die, äh, durch den Luftwiderstand, wenn die in die Atmosphäre eintreten. Und es gibt halt kleine Fenster, wo die Astronauten das sehen und die sehen dann auf einmal wirklich Plasma auf der Außenseite der Kapsel, was ich mir unglaublich beängstigend oder beeindruckend, je nach eigener Wahrnehmung vorstelle. Wenn man guckt da raus, man ist in diesem kleinen Ding, so drei Leute zusammengefärscht, ist mit einer irren Geschwindigkeit, ballert man durch die Atmosphäre, außen ist Plasma um die Kapsel herum, wo man hofft halt einfach, dass alles gut geht und alles funktioniert, ähm, am Ende, oder nicht am Ende, also als nächstes dann lösen dann Fallschirme aus, ähm, das sind mehrere Fallschirme, die die Kapsel immer weiter abbremsen, bis sie dann irgendwann an so einem riesigen Fallschirm, der mehrere, äh, hundert Quadratmeter groß ist, ähm, zu Boden sinkt. Und dann, was ich aber am abgefahrensten fand an der, an der Soyuz-Kapsel ist, dass in 70 Zentimetern Höhe, kurz bevor sie den Boden berührt, ähm, feuern sechs Booster-Raketen auf der Unterseite, um sozusagen den letzten Aufprall abzudämpfen, ähm, so dass du wirklich, du, du hast dann Aufnahmen, da segelt diese Kapsel nach unten und dann kurz bevor sie den Boden berührt, knallt es noch einmal laut und diese Booster werden gezündet und, ähm, dadurch wird die eben sanfter, äh, abgefedert auf dem Boden, ähm, und natürlich sind auch die Sitze von den AstronautInnen so ausgelegt, dass die das halt alles abfedern und dann fahren halt diese Search-and-Rescue-Teams los, die dann die Leute aus den Kapseln rausholen. Die sind natürlich, die warten nicht direkt am Einschlagsort, aber eben in der Nähe und kommen dann mit Hubschraubern und so dahin geflogen. Naja, ich glaube aber, dass das trotz aller, also trotz allem ein ziemlicher Höllenritt ist für die Insassen. Ja, die, es wird beschrieben als eine der extremsten Achterbahnfahrten quasi jemals, weil die, ähm, sich halt auch, ähm, dreht mitunter die Kapsel dabei um, um, um eigene Achsen und, ähm, dann halt auch der Luftwiderstand an dem ganzen Ding rüttelt, dann hast du halt diese Detonation, wenn die Teile abgesprengt werden und so, ähm, ich glaube, es ist ganz schön extrem und es gibt wohl, es ist wohl stark abhängig von dem Gemüt der AstronautInnen, ob die das quasi toll und spannend finden oder eher unangenehm und unschön und froh sind, immer, wenn es vorbei ist, ähm, ja, also ich, einerseits, ne, man, es gibt genug Flüge, die stattgefunden haben, dass man weiß, das ist relativ sicher, sodass ich Lust hätte, daran teilzunehmen, aber auf der anderen Seite klingt das echt anstrengend, dass ich selbst, wenn ich 20 Millionen hätte, mir sehr gut überlegen würde, ob ich Bock darauf habe, so zur Erde zurückzukommen. Naja, man muss sich ja überlegen, dass, ähm, es gibt einfach, äh, Bereiche, äh, wo der Mensch einfach nicht drauf, also, äh, nicht ausgelegt ist dafür, ja, also wo man, lebensfeindlicher geht's ja gar nicht, ja, und, ähm, das ist einmal unter Wasser, ja, äh, und einmal im Weltall und, äh, was halt auch nötig ist an Technik und welches blinde Vertrauen man dieser Technik entgegenbringen muss, also sein Leben quasi in, äh, viele Hände zu legen und in, in ein Stück Technik, äh, was weiß ich, äh, Millionen von Einzelteilen, allen vom günstigsten Anbieter, äh, ich weiß nicht, äh, äh, das hoffe ich nicht. Ich, keine Ahnung, äh, jedenfalls, äh, ist, ist, ist das, ist das schon sehr, ähm, mutig, was, was die da alle machen. Ähm, ich hab übrigens mal nachgeguckt, ähm, weil du gerade von, ähm, Transport, äh, Möglichkeiten zur Raumstation sprichst, äh, wie viel es denn kostet, äh, ein Kilogramm zur ISS zu bringen. Ich weiß nicht, ob du das, äh, recherchiert Nee, die Zahl hab ich nicht. Genau, also derzeit mit so einem Dragon Raumfrachter, also einen unbemannten, äh, von SpaceX, ähm, kostet ein Kilo Nutzlast circa, ähm, 25.000 Dollar. Und mit dem Space Shuttle war es ungefähr das Vierfache. Ja, ja, der Space Shuttle war ja auch quasi nicht wirklich wiederverwendbar, sondern man konnte es wieder herrichten, dass man es nochmal verwenden konnte, ne? Naja, doch, doch, der Space Shuttle per se, aber diese gesamte, ähm, die gesamte Booster, äh, also die, die, die Rakete war nicht wiederverwertbar. Ja, aber ich glaube auch das Hitzeschild und alles war ziemlich arg, äh, immer mitgenommen, dass man da quasi große Teile von austauschen musste, damit man das wieder nutzen konnte. Ja, da spielt viel mit rein. Also ich glaube, dass zum einen die Kapsel natürlich anders konstruiert ist, aber halt auch SpaceX mit seinen wiederverwertbaren, äh, äh, Raketen einen anderen Ansatz fährt. Ähm, jedenfalls, äh, ist halt, äh, 100.000 Dollar zu 25.000 Dollar schon, schon eine Hausnummer. Ja. Trotz allem, äh, ich weiß nicht, was die da so hochfliegen, ja, aber das dürften schon ein paar Kilo sein. Ja, vor allem sind halt schwere Sachen dabei, wie eben Nahrung, aber vor allem auch Wasser. Ähm, denn damit kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Lebenserhaltungssystemen. Ähm, ähm, und Wasser ist halt eines der wichtigsten Elemente, was auf der ISS wieder aufbereitet werden muss. Ähm, und da kann ich gleich vorwegnehmen, dass das die Wiederaufbereitung mit einer Effizienz von etwa 70 Prozent funktioniert. Das heißt also, man muss regelmäßig Wasser, ähm, da hochfliegen, ähm, um die ISS wieder aufzufüllen mit Wasser, dass man genug da hat für die AstronautInnen. Ähm, und das ist halt, ne, ziemlich schwer und es ist am Ende nur, nur Wasser, sozusagen. Ähm, aber das Wasser, was wieder gewonnen wird, das wird aus der Luft und vor allem aus dem Urin wiedergewonnen. Ähm, da gibt es dann Wasseraufbereitungsanlagen mit Filtern und so, die das Ganze, ähm, ähm, ja, sterilisieren, Giftstoffe rausfiltern und es, äh, wieder trinkbar machen. Und ein Teil von dem Wasser wird eben getrunken, aber ein anderer Teil des Wassers wird dann auch, ähm, für was anderes benutzt und zwar für die Sauerstoffgewinnung. Ähm, und, ähm, das ist halt ein ganz, sozusagen ein ganz einfacher Trick, denn, ähm, Wasser besteht eben aus H2O, das bedeutet zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom und wenn man durch, äh, Elektrolyse Strom daran bringt, dann spaltet man das Wassermolekül auf. An der einen Elektrode entsteht reiner Sauerstoff, an der anderen Elektrode reiner Wasserstoff. Und das ist genau das, was an der ISS passiert. Ähm, dort wird eben, um Sauerstoff zum Veratmen zu erzeugen, ähm, wird Wasser per Elektrolyse gespalten mit Strom aus den Solarpanels. Ähm, der Wasserstoff, der dabei entsteht, der wird ja auch einige Leute, werden sich jetzt fragen, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Und ja, ist es, deswegen wird der direkt ins Weltall entlassen. Ähm, Wasserstoff könnte man sich ja vorstellen, dass man den einsetzt, um daraus dann wiederum Energie zu gewinnen oder so, dass man den dann wieder mit Sauerstoff, äh, verbrennt und daraus dann Energie macht oder so. Ähm, aber, äh, erstens hat man über die Solarpanels genug Energie und anders als ist halt das Risiko extrem groß, dass wenn irgendwo ein Leck ist mit Sauerstoff, äh, Wasserstoff, dass das eine sehr schnell explosionsfähige Gemische macht, ähm, und das will man einfach nicht auf die ISS, auf der ISS. Deswegen wird das, äh, einfach direkt ausgeleitet, ähm, ins Weltall. Also es sind, äh, die, die Solarpaneele tatsächlich die einzige Energiequelle? Ja. Ähm, da ist kein, ähm, kein Reaktor an Bord oder sowas. Genau. Ähm, irgendwo habe ich auch, genau, die, ähm, acht Panels machen insgesamt 75 bis 90 Kilowatt Power. Boah. Äh, 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 das heißt also, damit müssen halt alle Experimente und alle Lebenserhaltungssysteme, äh, am Leben erhalten werden. Das ist natürlich eine ganze Menge, aber, ähm, das ist halt dafür ausgelegt, dass das ist. Ja, aber sie haben ja jetzt auch, ähm, keine Wolken, äh, die sich da dazwischen schieben können oder irgendwie, ja. Genau. Und sie richten das eben aus, äh, können die ausrichten immer in Richtung Sonne, sodass sie halt die optimale, ähm, Effizienz haben und, und dann Strom kriegen. Ähm, genau. Das heißt, aus Wasser machen sie Sauerstoff. Das ist sozusagen der eine Teil. Aber dann, wenn wir atmen, erzeugen wir ja auch Kohlenstoffdioxid. Und das ist ja relativ schnell giftig für uns, ähm, wenn wir das wieder einatmen. Ähm, das heißt, wenn man das nicht entfernen würde aus der Luft, würde sich halt stetig Kohlenstoffdioxid anreichern in der Luft, bis es dann eben zu viel wird und giftig wird. Ähm, und deswegen gibt es Kohlenstoffdioxidfilter. Ähm, da habe ich so ein bisschen versucht rauszukriegen, wie die genau funktionieren. Das war dann aber, hat dann mein eigenes technisches Verständnis überstiegen. Es gibt quasi bestimmte Materialien, die unter bestimmten Bedingungen, ähm, Kohlenstoffdioxid, äh, binden können. Das ist, dass es quasi festgehalten wird. Das heißt, wenn man da die Luft durchströmen lässt, dann kommen die am Ende, mit weniger Kohlenstoffdioxid raus. Ähm, und das Schlaue oder Spannende an der ISS, dann ist man, dass man halt das Weltall in der Nähe hat. Denn wenn man diese Filter reinigen will, dann setzt man die quasi unter Vakuum. Das bedeutet also, man macht einfach quasi ein Loch, ganz vereinfacht gesagt, ein Ventil nach draußen auf. Ähm, und dann löst sich das Kohlenstoffdioxid wieder von diesem Trägermaterial und geht ins Weltall. Und so kannst du quasi mit mehreren solchen Filtern, die immer vollladen mit Kohlenstoffdioxid und dann entleeren ins Weltall. Ähm, was ich irgendwie eine ganz elegante Lösung fand, um, ähm, halt da keine Filter austauschen zu müssen, die irgendwann voll sind, sondern, ähm, die können das halt, die können sich regenerieren, indem sie das ausnutzen, dass eben das Weltall direkt nebenan ist. Ähm, dann weitere Filter nehmen dann andere Sachen aus der Luft daraus, wie zum Beispiel Methan, was Menschen ausstoßen über ihren Verdauungstrakt. Und, äh, Ammoniak, was vor allem durch Schwitzen entsteht. Ähm, also das sind so Stickstoffverbindungen, die dann in der Luft sind. Ähm, die werden dann eben auch rausgefiltert durch die Luftfilter. Ähm, dann, ja, Nahrung, was wichtig ist, wird eben über Versorgungsflüge zur ISS gebracht. Ähm, da gibt es halt auch, ähm, ausgeklügelte Ernährungssysteme, dass die Nahrung halt nicht nur optimal Energie liefert, sondern auch keine unangenehmen Regeneffekte hat, ne? Nicht die Verdauung beansprucht, keine, im schlimmsten Fall Allergien oder sowas auslöst, wobei ich bezweifle, dass, äh, jemand mit einer schweren Lebensmittelallergie zur ISS fliegen könnte. Ähm, ähm, aber, ne, das ist eine sehr fein abgestimmte, auf, persönlich, auf jeden Astronauten, Astronauten, abgestimmte Ernährung. Und, äh, aller anderer Abfall, ähm, vor allem auch menschlicher Abfall, also, äh, Kot und so Sachen, die werden, äh, gesammelt und dann, ähm, entweder, wenn es, wenn es geht, aufbereitet an Bord oder in, ähm, Transportkapseln gesammelt, die dann kontrolliert in die Atmosphäre stürzen und verbrennen. Das heißt, äh, ab und zu ist so eine Sternschnuppe vielleicht auch nur, quasi, der Säfte-Tank von der ISS, der in der Atmosphäre verbrennt. Ah, toll, du, du demolierst gerade so meine ganzen, wie so ein Dixi-Klo, was einfach da, den Nachthimmel, den Nachthimmel nie wieder mit gleichen Augen sehen. Übrigens, ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesagt, ne, die ISS kann man mit bloßen Augen sehen. Die ist groß genug und hat genug reflektierende Flächen, dass man die sehen kann, ähm, oder die alle 90 Minuten, einmal um die Erde rumfliegt, ähm, kann man sie halt, wenn man so ein bisschen Zeit hat abends, kann man sie locker zwei-, dreimal sehen, wie sie vorbeifliegt. Ähm, und vielleicht auch so eine Sternschnuppe. Sehr gut. Ähm, ähm, so, und, ähm, zur Lebenserhaltung gehört auch, äh, noch ein weiterer Aspekt, oder habe ich wieder ein Geräusch für dich? Das kommt jetzt. Oh mein Gott, das ist ja ekelhaft. Ähm. Ich hoffe, die Lautstärke war okay. Ja, ja, die Lautstärke war okay, aber es ist trotzdem ein extrem unangenehmes Geräusch. Es klingt irgendwie so Industrial Techno. Das stimmt. Du könntest vielleicht remixen oder so ein bisschen überlegen. Es gab einen kleinen Geräuschteil da drin, der für mich quasi der Schlüssel ist, um zu verstehen, was das Geräusch macht. Ich werde dich jetzt nicht bitten, es nochmal zu spielen. Ich frage dich stattdessen einfach, was es ist, weil ich habe keine Ahnung. Das war ein Laufband und man hat so ein bisschen so ein Quietschen zwischendurch gehört und das waren die Turnschuhe auf dem Laufband. Ähm, denn jeder Astronaut, jede Astronautin muss jeden Tag zwei Stunden Sport machen, denn durch die Schwerelosigkeit, ähm, bauen sich die Muskeln ganz schnell ab, ähm, und, äh, die verlieren an Gewicht und so und deswegen kennt man ja auch die Bilder, wenn die dann auf der Erde wieder gelandet sind, dass die rausgetragen werden aus den Kapseln. Die sind gar nicht mehr in der Lage, selber zu laufen auf der Erde in der, äh, in der normalen Gravitations, ähm, Gravitationsfeld. Die müssen erst eine Reha durchlaufen, ähm, um wieder Muskeln aufzubauen und um das ein bisschen weniger schlimm zu machen, diesen Effekt, müssen jeden Tag zwei Stunden Sport machen und unter anderem auf so ein Laufband, wo sie so festgeschnallt sind, dass sie auf das Laufband draufgedrückt werden mit so Schultergurten und dann müssen die da laufen, ähm, und, äh, sich betätigen und das war das Geräusch auch wieder von Chris Hadfield aufgenommen. Schweiß und Ammoniak, äh, produziert und wieder rausfiltern muss. Ja, ja. Und Schweißtropfen, die durch die Luft fliegen und so, ähm, ja. Aber halt auch echt ganz schön laut, ne, und man, auch da, man hat wieder die Hintergrundgeräusche gehört, ne, es ist einfach nie leise an der ISS. Ähm, es gibt ja immer dieses Gewitzel, ne, bei Sci-Fi-Filmen, also das heißt, ah, es gibt keinen, man hört keine Geräusche im Weltall und so, wenn so ein Raumschiff... Im Weltall hört dich niemand schreien. Ja, aber in einem Raumschiff, da hast du nicht die Ruhe. Draußen, mit Sicherheit, aber drin. Und selbst wenn du in einem Raumanzug bist, das ist ja auch nur eine verkleinerte Maschine, ähm, da hast du ja auch Belüftung und Sachen drin. Es gibt, ähm, die Geräusche sind noch ein bisschen unangenehmer, deswegen hab ich die jetzt nicht mitgebracht, äh, für den Podcast, aber auch verlinkt von Chris Hadfield, der hat, ähm, aufgenommen, wie es klingt, wenn man so einen Raumanzug anzieht und so. Und es ist auch nicht schön. Das heißt, auch viel zischen und quietschen und brummen und laute Geräusche von irgendwelchen Lüftungen und so, ähm, weil das ja auch alles abgedichtet sein muss und so. Also das, ähm, muss ich wirklich sagen, das ist das, äh, coolste. Da werde ich mich sicher noch ein bisschen, ähm, aufhalten auf dieser Seite, weil ich hab noch nie Geräusche gehört, ähm, von der ISS, beziehungsweise auch von einem Raumanzug oder so. Das interessiert mich wirklich, wie sich das anhört. Und, ähm, ja, wie wir gerade schon feststellen mussten, ist das bei weitem nicht so, nicht so säuselig, äh, heimelig wie, äh, auf der Enterprise. Ja, das stimmt. Man hat nicht so ein entspanntes Pfeifen und ein paar Pieps-Geräusche und so. Und, ähm, ja, dafür hat man nicht den ständigen Alarm, der irgendwie auf der Enterprise losgeht, wenn wieder irgendjemand angreift oder so. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall nicht so entspannt. Ja. Ähm, genau. Jetzt kommen wir so langsam, äh, in die Richtung, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was ist die ISS, wie funktioniert die und so. Aber bis jetzt haben wir noch nicht wirklich darüber gesprochen, warum eigentlich, ne? Was, was, warum dieser riesige Aufwand, warum so viel Geld ausgeben, um Sachen ins All zu schießen, um dann Leute in einer sehr lauten Umgebung zu haben, die in einen Staubsauger urinieren müssen. Ähm, das hat ja alles einen Zweck. Und das ist Wissenschaft. Ähm, äh, und die Wissenschaft im All ist besonders, weil man dort ein paar Sachen, äh, oder ein paar Sachen sich zunutze machen kann im Weltall, die es halt auf der Erde so einfach nicht gibt. Ähm, oder nicht so einfach, ne? Erstens hat man eben das, das allumfassende Vakuum außerhalb der ISS. Das heißt, wenn man Experimente außerhalb der ISS anbringt, dann muss man nicht eine teure Vakuumpumpe die ganze Zeit laufen lassen, um, ähm, als recht nicht für ein großes Objekt, sondern da ist einfach kein Gas und kein, äh, nichts drumherum. Das heißt, wenn man irgendwelche Sensoren hat, die nur im Vakuum funktionieren, funktionieren sie außerhalb der ISS wunderbar. Das andere ist, dass man Weltraumstrahlung sich zunutze machen kann oder eben auch erforschen kann. Ähm, auch etwas, was man auf der Erde nicht so ohne weiteres tun kann, ähm, dann kann man mit sehr viel weniger Aufwand den absoluten Temperaturnullpunkt, ähm, erforschen, ähm, dadurch, dass es eben im All sehr kalt ist und natürlich die Schwerelosigkeit, ähm, die man erforschen kann oder wo man bestimmte technische Prozesse optimieren kann, äh, dadurch, dass man sie in der Schwerelosigkeit durchführt. Und, ähm, weil ich eigentlich, äh, Biologe bin, habe ich so ein paar Sachen rausgesucht aus dem Bereich der Biologie, ähm, es gibt aber auch ganz andere, ähm, Forschungsbereiche, die da untersucht werden, äh, untersucht wurden. Ähm, ein, äh, Erkenntnis aus der Biologie ist zum Beispiel, dass es bestimmte Mikroorganismen gibt, die sich, ähm, auf so eine Weise einkapseln können oder bestimmte Sporen bilden können, dass sie bis zu 18 Monate im Weltall überleben können, an der Außenhülle außerhalb der ISS, äh, sozusagen im Vakuum und ausgesetzt der Strahlung, ähm, und es ist dann vor allem die UV-Strahlung, die sie abtötet, was aber eben auch bedeutet, dass wenn sie vor der UV-Strahlung geschützt sind im Vakuum, dann können sie unter Umständen noch sehr viel länger überleben, ähm, was Implikationen dafür hat, wenn es um die Sterilisierung von Raumschiffen geht, ähm, denn man möchte ja eigentlich, gerade wenn man so eine Sonde losschickt, die das, äh, Sonnensystem verlassen sollen, möchte man ja ungerne, dass darauf Mikroorganismen sind von der Erde, die man dann möglicherweise auf einen anderen Himmelskörper bringt und potenzielle Systeme an diesem Himmelskörper dadurch, äh, stört, dass man Mikroben von der Erde mitgebracht hat und dadurch, dass wir jetzt besser verstehen durch Forschung auf der ISS, wie Mikroben überleben, äh, im All können wir eben auch effektiver dafür sorgen, dass sie nicht überleben. Äh, ein anderer wichtiger Punkt, ähm, ist die Proteinkristallisation, ähm, ganz vereinfacht gesagt ist, wenn man ein Protein, äh, rauskriegen möchte, wie das aussieht, dann muss man daraus ein Kristall züchten. Das heißt, das Protein wird, äh, in einer ganz bestimmten Gitteranordnung orientiert, dadurch bildet sich ein Kristall und dann kann man mit Röntgenstrahlen darauf schießen und, ähm, über komplizierte Mathematik und so zurückrechnen, wie das Protein aussieht. Und das ist vor allem dann wichtig, wenn man zum Beispiel neue Medikamente suchen möchte und man möchte für einen bestimmten Rezeptor, der halt ein Protein ist, ein passendes Molekül finden, was da reinpasst. Und dazu muss man erstmal wissen, wie der Rezeptor aussieht. Und jetzt gab es Experimente in der ISS, wo man in der Schwerelosigkeit diese Kristalle gezüchtet hat und gemerkt hat, dass das viel besser funktioniert, weil eben, ähm, so eine Diffusionseffekte anders funktionieren als auf der Erde. Ähm, das heißt, für bestimmte Rezeptoren, wo man auf der Erde keinen sauberen Kristall züchten konnte, hat man das auf der ISS geschafft. Und dann konnte man quasi ein Kristall mit zurück zur Erde bringen und dort analysieren und dadurch dann neue, ähm, Medikamente finden, die passend sind für dieses Protein. Und da gibt es sogar welche, die es dann bis zur Marktreife geschafft haben, ähm, wo quasi die initiale Forschung auf der ISS stattgefunden hat. Ansonsten gibt es ganz viel Materialforschung, äh, technische Anwendung, ähm, es wird ganz viel darüber geforscht, wie man die Medizindaten von Menschen über längere Zeiträume überwachen kann, eben an den AstronautInnen, die dann Sensoren am Körper tragen, ähm, und, äh, Experimente zur Wasseraufbereitung und so. Ähm, und was ich besonders spannend fand, ist, dass ganz häufig, ähm, also es gibt ja immer diese Geschichten, ne, dass zum Beispiel Teflon wurde für die Weltraum, äh, für die Raumfahrt entwickelt und jetzt kamen wir Teflonpfannen auf der Erde und so hilft uns das. Ähm, aber es ist nicht immer so quasi so direkt, dass man jetzt losgeht und ein neues Material versucht auf der ISS zu zu erfinden, das man dann auf der Erde benutzt, sondern es sind oft Sachen am Rand, die dann auf der Erde besonders spannend sind. Ähm, man brauchte nämlich zum Beispiel für ein Pflanzenexperiment auf der ISS einen ganz besonderen Luftfilter. Ähm, und um dieses Problem zu lösen, den Luftfilter zu bauen, hat man auf der Erde schon so viel Entwicklung da reingesteckt, dass man einen Luftfilter hatte, der dann sowohl sehr gut auf der ISS funktioniert hat, aber auch auf der Erde, ähm, jetzt kommerziell eingesetzt wird. Ähm, das heißt also, die ISS hat nur den Grund gegeben, warum man so im Detail geforscht hat daran und nebenbei hat man halt auch noch was rausgefunden, was man dann auf der Erde gleich weiterverwenden kann, ähm, ohne das, äh, ohne dass man erstmal auf Ergebnisse aus dem All warten muss. Äh, und diese ganze Forschung findet in den Forschungsmodulen statt und weil wir hier in Europa sind, habe ich jetzt mir mal das, ähm, Modul Columbus von den Euro, von der ESA ein bisschen genauer angeguckt. Ähm, das wurde 2008 an die ISS angedockt, äh, und dort arbeiten eben, äh, verschiedene Länder innerhalb der ESA haben dort zusammengearbeitet, äh, und da gibt es einen ganzen Abschnitt in der Wikipedia dazu, wie komplex diese Zusammenarbeit von Unternehmen aus Deutschland, Italien und Spanien und den ganzen anderen Teilnehmern war, ähm, dass die halt sich neue Strukturen ausdenken mussten, wie man das überhaupt organisiert. Und am Ende hat es das auch noch 25 Prozent teurer gemacht, ähm, dass es so ungefähr, äh, 880 Millionen bis zu einer Milliarde Euro gekostet hat, dieses Modul zu bauen. Ähm, dann, äh, aber dieses Modul dann hat einen Außenbereich für Experimente und innen gibt es dann so standardisierte Racks, wo, ähm, Experimente stattfinden können. Das heißt, dann können Forscher auf der Erde sich ausdenken, was sie für ein Experiment machen möchten. Das wird dann designt für so einen Rack, was man auf die ISS hochschicken kann. Das kann dann dort reingeschoben werden in dieses Modul. Dort wird es dann eben versorgt mit Strom und Mess, äh, Messsensoren, ne, äh, ähm, Videodaten können aufgezeichnet werden und so. Und dann können dann eben Forschungen dort gemacht werden. Entweder, dass die Astronauten selber dort was manipulieren oder da sind dann sogar kleine Roboterarme drauf, die was machen. Ähm, und von der ESA gibt es, ähm, vier Hauptbereiche. Da gibt es eben das Biolab, da machen die Biologie-Experimente und können sogar kleine Pflanzen, und Kleinstlebewesen, so Insekten und Mikroorganismen, leben lassen auf der ISS und erforschen. Dann gibt es so ein, äh, Fluid Science Lab. Damit machen sie, ähm, erforschen sie das Verhalten von Flüssigkeiten im All. Dann forscht die ESA mit dem European Physiology Module an dem Einfluss von Weltraumbedingungen auf den menschlichen Körper. Und da sind eben die AstronautInnen die Versuchskaninchen sozusagen. Und dann gibt es eben dieses Drawer-Rack, das European Drawer-Rack, wo dann eben verschiedene europäische ForscherInnen ihre Experimente reinstecken können und auf der ISS durchführen können. Und das ist so, dass die Hauptaufgabe, und damit verbringen die AstronautInnen die meiste Zeit, ähm, die verbringen den Großteil ihres Arbeitstages eben sich, äh, damit sich um diese Experimente zu kümmern. Denn es gibt eben noch das amerikanische Forschungsmodul, das japanische, was noch ein bisschen größer ist. Und, ähm, dann, da ist demnächst auch das russische Forschungsmodul, was eben ganz schön viel Forschung für gerade mal sechs AstronautInnen ist. Ja, die haben auch einen ziemlich, äh, einen ziemlich geschäftigen, ähm, Tagesablauf. Ja, es ist ja nicht so, dass die da Däumchen drehen und hin und wieder mal ein bisschen Experimente machen. Ich, ähm, ich denke, es sind an der Zeit, hier mal zwei Episoden eines von mir sehr geschätzten Podcasts zu droppen, wie man im Neudeutsch sagt. Und zwar, äh, Raumzeit, ähm, äh, von Tim Pritlaff. Und zwar gibt's, äh, da einmal in der Episode 56, äh, explizit, äh, über die Forschung in der ISS. Ähm, zu Gast ist Martin, äh, Martin Zell, der ist Abteilungsleitung für die Nutzung der ISS bei der STEC. Das ist das, äh, European Space Research, Research and Technology, Technology Center. Und die Episode Nummer 64, ähm, da geht's, äh, da ist die, ähm, Samantha Cristoforetti, ähm, zu Gast und die ist, äh, Astronautin, die mit der 42. äh, ISS-Expedition oben war und halt auch, äh, sehr interessant, äh, Einblicke in den Alltag auf der ISS gibt. Danach, nach solchen Podcasts habe ich, äh, gesucht im Vorfeld, ähm, hab diese Podcast-Suchmaschine Feed, mit zwei Y-Ys geschrieben, ausprobiert und sowohl mit ISS oder auch mit International Space Station, so viel anderen Kram gefunden, dass diese Podcast-Folgen auf den ersten paar Suchseiten nicht drauf waren. Ich hab die nämlich beide zufälligerweise gehört. Also die, die, äh, an die Folge, an die 64 mit der Samantha Cristoforetti kann ich mich noch lebhaft erinnern, weil das natürlich ein sehr, ähm, ja, ein sehr außergewöhnlicher Einblick in den Alltag eines Astronauten ist. Und von daher weiß ich auch, dass die echt einen ziemlich straffen, äh, äh, Tagesablauf haben. Das... Irgendwo hab ich den auch gelesen, aber ich hab ihn mir jetzt leider nicht notiert. Aber ich pack das in die Schaube raus. Das war im Grund, die morgens aufstehen, dann, äh, halt an den Experimenten forschen, dann irgendwann Mittagsessen, dann ein bisschen mehr, äh, dann, genau, dann haben die auch immer jeden Tag ein Briefing quasi. Und, ähm, dann irgendwann, äh, am Nachmittag ist dann, äh, Sport, zwei Stunden und dann haben sie so ein bisschen Zeit für sich. Gehen dann ins Bett und dann am nächsten Tag von vorne, ähm, ziemlich durchgetackt. Ja, und das Interview mit dem Martin Zell, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich gerade verwechsel, ich hab nämlich auch mal eins gehört wegen, ähm, Hubble-Teleskop, ähm, aber der schildert so ein bisschen, wie so diese Vergabeprozesse auch, ähm, laufen. Also man kann ja diese Forschungs-, also man reicht ja da im Prinzip Forschungsprojekte ein, äh, die man da durchführen möchte und die werden ja auch bewertet und, äh, gibt's ja Projektteams, die dann halt die Umsetzung machen, ja, natürlich die Kosten kalkulieren, etc. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass der, dass der das, äh, dass der das da so ein bisschen erläutert, wie das, ähm, ähm, wie das läuft, also wie die Nutzung der ISS, äh, verwaltet wird sozusagen, jetzt im Speziellen halt das europäische Modul. Aber es ist ja ziemlich ähnlich bei den anderen. Ja. Dauert, ja, der eine dauert zwei Stunden, der andere dauert Stunde 14. Ja, ich finde die auch, die sind immer sehr gut, ähm, die Raumzeitfolgen. Ja, ja. Ähm, ich habe auch einige davon gehört. Die habe ich halt jetzt nicht gehört, weil die noch ein bisschen, äh, im, im Katalog weiter hinten. Ja, das sind ein bisschen Eltern, ja. Und deswegen, ähm, ja, und gefunden habe ich sie nicht, als ich sie gesucht habe. Ja, da fragst du mich. Aber umso besser, jetzt nochmal nachzuhören. Genau. Ähm, und genau, links auch in den Shownotes. Und damit bin ich jetzt quasi fast schon durch. Jetzt kommt nämlich mein letzter Punkt, den ich nur noch aufgeschrieben habe, ist das Ende der ISS. Denn wie es im Moment aussieht, ist die jetzt noch für bis 2024 finanziert, was gar nicht mehr so lange ist, ne? Viele Jahre sind schnell rum. Ähm, es gibt Pläne, sie darüber hinaus weiter zu betreiben, erstmal bis 2028. Äh, allerdings ist im Moment das Verhältnis von USA und Russland so angespannt. Äh, und die USA hat jetzt nicht den vernünftigsten Menschen an der Spitze, um das vorsichtig auszudrücken. Ähm, weswegen das natürlich so Verhandlungen überschattet und das erschwert, ähm, da zu einem Konsens zu kommen, wie man das Ganze finanziert. Weil, ne, du hast ja gesagt, wie, wie teuer es nur ist, ein Kilo Material hochzuschicken, plus dann halt die ganze Infrastruktur drumherum, ist es halt wirklich ein Milliardenprojekt. Ähm, wobei ich auch, ähm, verlinkt habe, eine Berechnung von dem wirtschaftlichen Nutzen. Ähm, da wird davon ausgegangen, dass durch erstens, dass das Geld, was ausgegeben wird dafür, dass, das verschwindet ja nicht, sondern das fließt ja in die Wirtschaft. Das heißt, es gibt einen ganzen Haufen an sozusagen Zulieferern und spezialisierten Firmen für die Raumfahrt, ähm, die dieses Geld erhalten. Das heißt also, es ist Geld, was ausgegeben wird und in Wirtschaftskreisläufen ist. Das bedeutet, das ist, das ist ein Mehrwert, weswegen es sich lohnt, das zu machen, plus dann eben die Erkenntnisse, die man hat, die zu neuen Produkten und neuen Lösungen und solchen Sachen führen. Ähm, deswegen ist es wohl wirtschaftlich gar nicht so doof, das zu machen, äh, laut dieser Aussage. Aber trotzdem muss man erst mal dieses Geld auf den Tisch legen und das ist im Moment so ein bisschen fraglich, wie das passiert. Es gibt natürlich noch, ähm, Pläne, diese, es gibt noch fünf Teile sollen noch an die ISS angedockt werden, ähm, in den nächsten Jahren. Und es wäre natürlich schade, die jetzt nicht besonders lange weiter zu betreiben. Aber man hört wohl auch so Gerüchte, dass die Russen überlegen, ihre Module, wenn die ISS nicht mehr weiterbetrieben wird, ihre Module abzudocken und daraus eine neue, rein russische Raumstation aufzubauen. Ähm, das heißt, wenn man pessimistisch ist, dann ist demnächst die Zeit der internationalen Kooperationen da vorbei. Dann haben die Chinesen ihre eigene Raumstation, die Russen ihre eigene Raumstation, ähm, in den USA werden das dann vielleicht private Unternehmen sein, die eigene Plattformen bauen. Ähm, dann ist die Frage, ob, ob die Europäer es schaffen, nochmal aus eigener Kraft eine Raumstation zu bauen oder ob sie dann abgehängt sind. Das ist, wenn man pessimistisch ist. Wenn man optimistisch ist, dann, äh, werden wir das schon irgendwie schaffen, diese große Investition, die da stattgefunden hat und das, das ist das Projekt, was ja über weite Teile sehr gut funktioniert hat, ähm, dass, dass wir das irgendwie schaffen, das weiter zu finanzieren und weiterzumachen und, ähm, weiterhin dort Forschung zu betreiben im All. Mhm. Ja, es ist, äh, es ist ja dann, es wäre ja dann das Ende einer Ära, wenn, wenn dem so wäre, weil das ist ja schon, wann, hast du gesagt, ist die ins All geschossen worden? 1998 war das erste Teil im All. Mhm. Und dann, äh, ein paar, eine Weile später waren dann die ersten, äh, AstronautInnen ständig. Ja, so Anfang der, der, der 2000er ging's los, also ist das Ding halt jetzt gut und gerne 20 Jahre alt. Und das ist schon ein stattliches Alter für so ein, das stimmt schon, ja. So ein Gerät, ja. 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 Und es gab ja auch immer wieder Reparatur, Außeneinsätze und solche Sachen, die gemacht werden mussten, weil halt Sachen gealtert sind. Also ich glaube sozusagen für die Mission, für die das ausgelegt ist, die ISS, ähm, ist das schon ein ziemlicher Erfolg. Aber natürlich möchte man sowas dann immer gerne länger betreiben, ne, je länger man es betreibt, umso besser, umso mehr hat sich die Investition gelohnt. Aber ich würde mal sagen, also gerade eben im Weltraum Zeit gerechnet, also wie, wie lange man halt so kalkuliert, dass sowas aktiv, äh, verfügbar, äh, ist, ist das, ist schon, ähm, Methusalem, äh, im Weltall. Weil, ähm, der Vorteil ist ja natürlich, dass man das Ding auch reparieren kann, ja. Das kann man ja bei vielen anderen unbemannten, ähm, Satelliten nicht, und ist ja auch ein Satellit letztendlich, äh, beziehungsweise kommt man halt da viel, viel schwieriger ran und viel aufwendiger. Ich meine, auch das Hubble-Teleskop zum Beispiel ist repariert worden, äh, schon, ähm, aber trotzdem ist es halt nicht so einfach, als dass man da mal eben jemanden an so einen Ausleger hängt und sagt, hier, schraub mal, ähm, das ist schon, glaube ich, mit ein Faktor, wieso das Ding so lange lebt. Ja, apropos Reparatur, ähm, ab und zu, ähm, kriege ich von Twitter Push-Nachrichten, dann streamt die NASA live die Kameras von den Astronauten, von den Weltraumspaziergängen, wenn die Sachen arbeiten, machen. Ähm, das heißt, wenn man das mitbekommt, äh, fand, finde ich das super spannend, sich das anzugucken. Ähm, ja. Weil man dann eben sieht, man hört dann den Funkverkehr von denen und dann sieht man, wie sie dann da an irgendwas rumschrauben, irgendwas festmachen oder irgendwas umbauen oder so. Und, ähm, ja, finde ich super spannend und das ist auch so generell, ähm, so ein bisschen mein Fazit von dieser ganzen Sache ist, ich finde das so unvorstellbar, dass wir halt so eine Kombination von so ein paar Röhren und so ein paar Modulen haben, die durchs Alt fliegen, die die ganze Zeit autonom, also sich selbst versorgen im Sinne von Lebenserhaltungssysteme und so, ähm, wo wir Leute raufbringen können, wo wir Leute raufbringen können, das ganze Ding fliegt halt jetzt im All. Das ist nicht eine Plattform auf dem Meer oder irgendwo eine Insel oder einen Ort, wo man so einfach hingehen kann, aber trotzdem haben wir diesen Anlaufpunkt, wo wir Leute hinschicken können. Und ich finde das einfach total Wahnsinn, immer wenn ich so diese Sachen im Detail gelesen habe oder auch, ähm, es gibt so ein Video, wo so eine Kamera, so eine hochauflösende Kamera da durch die ISS durchfliegt und so, ähm, und man sich das einfach anguckt, was das für ein irrer Aufwand ist, diese Maschinen da oben zu haben und dass das funktioniert. Und wir machen das halt einfach als Menschheit. Wir haben es halt geschafft und es funktioniert halt und das ist benutzbar und, ja, äh, finde ich irgendwie immer noch ziemlich ein Wahnsinn, dass das so geht. Ja, es ist, für mich ist es eigentlich nicht minder beeindruckender als die Raumfahrt als solches. Also, so, ich meine, klar, sowas wie Apollo 11 war natürlich, ähm, historisch schon, schon, schon eine ganz andere Hausnummer. Aber, äh, ein Aspekt, worauf ich eigentlich noch zu sprechen kommen wollte, ist natürlich immer die, die, äh, weil es eben so beeindruckend ist, dass so ein Projekt und, äh, über 20 Jahre und mit diesen enormen Kosten verbunden und international so gut funktioniert, ähm, ich finde, das ist für die, äh, Regierungen, äh, die Nationen dieser Welt einfach immer so unglaublich schwer ist, ähm, irgendetwas zu tun, was keinen unmittelbaren Nutzen bringt. Und Forschung, äh, ist ja in der Regel etwas, was nicht unbedingt immer zweckgebunden ist, ja, also mit einem ganz bestimmten Ziel. Und ich glaube, dass es, äh, kaum, äh, Forschungsprojekte gibt, ähm, die ähnlich viel Geld verschlingen wie Weltraumforschung, ähm, ähm, äh, gibt's sicher auch, ja, fällt mir spontan wie so Fusions, äh, Forschung, äh, allen so Zeug verschlingt natürlich auch Milliarden, aber, äh. Äh, äh, alles, was mit Militär zu tun hat. Ja, alles, was mit Militär zu tun hat, ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, die Raumfahrt, äh, will ja immer im, im Fokus der Öffentlichkeit bleiben und versucht ja auch immer so ein bisschen sexy zu bleiben, äh, weil, äh, es dann natürlich für eine Nation leichter ist, äh, zu rechtfertigen, wieso, ähm, da so viel Geld reingebuttert wird. Also, ich denke, den Regierungen selbst ist es durchaus bewusst, warum sie das tun und auch der Nutzen, den sie daraus ziehen können, aber ich glaube, dass man das den Menschen, ähm, manchmal nicht so gut verkaufen kann, ähm, und deswegen ist es halt immer wieder wichtig, finde ich, dass, ähm, Raumfahrt halt immer wieder mal, äh, sexy ist. Ja. Ja, ist es, äh, ist es, äh, äh, notwendig? Nö. Ja, kannst du auch in der Suisse hochfliegen. Sieht halt nicht sexy aus, aber, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Sieht halt ziemlich unsexy geworden, ja, und trotzdem lebt sie noch. Ja, wobei ist ja so durch jetzt, ähm, also für mich war, waren Leute wie Alexander Gerst, der, der hat echt sehr viel PR quasi gemacht hat, der hat ja ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, auch von der ISS weg, ähm, und dann halt auch durch Kooperationen wie zum Beispiel mit Sendung mit der Maus und so, die ja schon, ähm, mit den ersten deutschen Astronauten, die auf, die auf die MIR damals geflogen sind, hat die Sendung mit der Maus schon eine, eine Maus mit hochgeschlagen. Ähm, äh, ein Kuscheltier, ähm, und die hat, hat jetzt auch auf der ISS immer wieder quasi mit den Astronauten da zusammengearbeitet, vor allem mit dem Alexander Gerst. Und da habe ich schon den Eindruck gehabt, dass das noch viel dafür macht, um zu zeigen, wie, wie toll das eigentlich ist, ähm, was natürlich stimmt, also ich habe nicht so richtig viel Informationen über die konkrete Forschung gefunden, also ich habe so ein paar Beispiele und sowas gehabt, aber das ist wirklich was, was, ähm, noch nicht so gut kommuniziert wird, wirklich zu sagen, was da jetzt eigentlich an Ergebnissen ist. Andersrum ist es wahrscheinlich alles so, ähm, extrem komplexe Grundlagenforschung, die halt auch gar nicht so einfach zu erzählen ist. Also, ähm, dass das, dass das für viele Leute, äh, eindrücklich ist, wenn man jetzt rauskriegt, wie jetzt irgendein, halt ein Proteinkristall wächst oder irgendeine bestimmte Flüssigkeit den Benetzungswinkel ändert in der Schwerelosigkeit oder so Sachen. Ähm, das ist halt für die Leute, die das dann später brauchen, super spannend, aber für die Öffentlichkeit halt nicht so sehr. Da verstehe ich, dass das halt nicht so, äh, rausgehängt wird. Aber ja, aber es stimmt, dass SpaceX und, und, ähm, quasi diese Marketingmaschine, die Elon Musk darstellt, äh, dass das nochmal einen ganz schönen Hype gemacht hat für so Raumfahrt. Ja, und, und es geht letztendlich, ähm, es geht ja nicht darum, dass, äh, plötzlich Hinz und Kunz, äh, Astronaut werden will. Ich meine, ich glaube, so, als kleiner, heranwachsender, heranwachsender, ähm, glaube ich, hat, hat jeder irgendwie mal den Traum, äh, gehegt da ins All, aber es geht einfach nur darum, dieses Bewusstsein für die Notwendigkeit, ähm, der, das, der, der, der Raumfahrt per se und der Weltraumforschung im Allgemeinen, äh, aufrechtzuerhalten. Und das gelingt manchmal gut, manchmal schlecht, habe ich so einen Eindruck, aber ich finde, dass es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten deutlich besser geworden ist. Also dieses, ich glaube, dass, also auch hier die Mondlandung so ein, so ein Paradebeispiel dafür war, wie man das medial, äh, begleiten, aufbereiten, man könnte schon fast sagen, ausschlachten kann, ähm, so ein Thema, ähm, um das, ja, ja, um, 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 um diese, um das Bewusstsein eben für die Notwendigkeit, äh, ja, aufrechtzuerhalten. Das, das wünsche ich mir natürlich auch für, für die ISS. Ich würde mir persönlich wünschen, dass sie, äh, noch weitere, noch viele, viele Jahre im All bleiben darf und jetzt nicht in, in Einzelteile zerlegt und in einzelne Raumbasen aufgeteilt wird, so wie bei einer schlechten Scheidung, ohne, äh, so, so, zu, in so einer klassischen Zugewinn-Gemeinschaft. Ja, wobei das ja wahrscheinlich noch das beste Szenario wäre, was für mich am schlimmsten wäre, wenn die einfach komplett Verglüht, äh, verglüht, wie mir damals, die dann halt, ähm, nicht recycelbar war, auf, ähm, wirtschaftliche Weise und dann einfach dieses ganze teure Projekt in der Atmosphäre verglüht ist, ähm, das finde ich gerade, wenn ich jetzt gelesen habe, ne, was, was da alles an Energie reingeflossen ist, diese, diese Raumstation zu bauen und jetzt zu wissen, dass sie, keine Ahnung, in vier oder in acht oder in zehn Jahren dann einfach in die Atmosphäre stürzt, das wäre schon ganz schön bitter, ähm, aber ja, aber vielleicht kommt dann eine bessere, neuere Station und es ist ja nicht so, dass man das Geld zurückkriegt, wenn man die wieder auf die Erde zurückbringen würde, ähm, dass man dann die Ressourcen zurückkriegt, ne, das ist ja dieser falsche Gedanke von, von, äh, ausgegebenen Kosten, dass man sagt, nur weil ich jetzt schon 880 Millionen reingesteckt habe, muss ich nochmal so viel reinstecken, äh, weil sonst hätte es sich ja nicht gelohnt, ähm, es ist immer noch billiger, das einfach dann sein zu lassen, wenn man sich dafür entscheidet, dass es jetzt nicht mehr, sich nicht mehr lohnt, ja. Da fällt übrigens noch, noch, äh, zum Abschluss noch ein, ein, äh, ein, ein Verweis auf einen Film ein, wo gleich drei Raumstationen, äh, gefeatured werden, ich weiß nicht, ob du Gravity, äh, jemals gesehen hast? Noch nicht, nee. Ähm, Gravity ist, ist ein, ein Film, ähm, der, ja, komplett im Weltall spielt und der, also ich glaube, geht, es geht, im Grunde geht es um, 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 um ein Unglück quasi bei Reparaturen an der ISS, ähm, und um eine Astronautin, die dann versucht, äh, zu überleben und da kommen, also die ISS kommt vor, die, ähm, die, ähm, die, ähm, die, äh, wie heißt die, äh, Tiangong, also die eine chinesische Raumstation, die haben ja schon eine, und, ähm, weiß nicht, ob die noch im All ist. Ebenfalls, ähm, ist es natürlich vollkommen Fiktion, ja, ist, äh, ist, äh, ist ein Hollywood-Film, ähm, der aber in 3D und Atmos mir damals im Kino echt die Schuhe ausgezogen hat. Also der ist fantastisch, also der ist wirklich mega gut gemacht, ähm, ähm, halt auch, äh, bahnbrechende, ähm, CGI, also das ist fantastisch. Sandra Bullock und, äh, George Clooney spielen die Hauptrollen. Nur so am Rande, falls, äh, euch das Thema ISS an sich zu trocken ist, dann guckt euch doch einen Hollywood-Katastrophenfilm mit der ISS an. Ich glaube, niemand, der jetzt anderthalb Stunden sich Sachen zur ISS angehört hat, ist das, dem, dem ist das Thema zu trocken. Stimmt, stimmt, da hätte es nicht bis zum Ende gewartet, dann würde er diesen Hinweis auch nicht mehr hören. Ja, ähm, ich habe nur noch ein letztes, äh, little, äh, little, sag ich schon, ein kleines bisschen Funfact zum Schluss noch, ähm, nämlich, dass die ISS so viel besser an das Internet angeboten ist, als ich hier. Ähm, ich habe 50 Mbit, die auf meinem Vertrag draufstehen und irgendwas zwischen 20 und 40, was ich tatsächlich bekomme. Die ISS hat, äh, seit Ende August 2019 600 Megabit pro Sekunde, ähm, Internetverbindung. Ähm, das ist ganz am Anfang waren das mal nur 10 Mbit, ähm, was halt dafür, dass es eine Station im All ist, ähm, ausreichend ist so, aber mittlerweile durch neuere Systeme sehr viel schneller. Ja, sehr viel schneller als das, also davon kann man in, auf der Erde in Deutschland nur träumen, dass man eine Internetanbindung hat, wie eine Station, die in 300 Kilometern Höhe um die Erde kreist. Höre ich da eine gewisse Bitterheit aus? Ja, 600 Mbit ist eine Hausnummer, er fragt sich, wie das geht, ja, aber sicher irgendwie Richtfunk über Satelliten, schätze ich, wird das mit so einem Downlink funktionieren, ja. Wusste ich nicht, erstaunlich, 600 Mbit. Und deswegen jetzt meine, meine abschließende Frage, würdest du, angenommen, du hättest die 20 Millionen, oder jemand würde dir ein Ticket kaufen, würdest du zur ISS fliegen, würde dich das reizen, mal eine Woche dort zu sein und zurückzukommen? Oder, ähm, nach dem allem, was ich dir erzählt habe, über die angenehmen Eigenschaften der ISS, vom Lärm bis über die Toiletten, bis über die Landung, ähm, würdest du sagen, nein, danke, das können ausgebildete Astronauten machen, aber ich bitte nicht. Es würde dich jetzt vielleicht erstaunen zu hören, ja, weil du kennst ja mittlerweile meine Faszination fürs Weltall, aber das muss ich ganz klar mit nein beantworten. Ähm, ich würde das niemals machen, ähm, ich wäre wahrscheinlich einfach den körperlichen Anforderungen nicht gewachsen. Also ich bin halt so ein, ich bin ein Schisser und ich bin halt auch jemand, der sich zwar sportlich betätigt, aber auch nie mehr als irgendwie nötig, ja. Ähm, und wenn ich mir halt so ein Astronautentraining angucke und ich denke, dass auch selbst Gäste, die sich mit 20 Millionen irgendwo einkaufen, auch eine gewisse, äh, Grundfitness da mitbringen müssen und die körperlichen Belastungen, die beim Start herrschen, ähm, und bei der Landung, ich weiß nicht. Und auch die Gefahren, also den Gefahren, also den Gefahren, den man sich dann aussetzt, selbst wenn man den physisch, äh, Herr werden würde, puh, das ist schon, ich bin ja jemand schon, also ich bin ja auch jemand, der nicht gerne fliegt zum Beispiel. Jetzt habe ich keine Flugangst, aber ich darf mich da auch nicht reinsteigern, ich darf mich jetzt nicht in das Flugzeug reinsetzen und, wie ich schon mal erwähnte heute, über eine Million bewegliche Teile vom günstigsten Anbieter nachdenken. Ähm, sonst, äh, sonst, äh, kriege ich Panik. Äh, und da ist es ja noch schlimmer, ja, weil da trennt dich dann irgendwie so ein paar Zentimeter vom, vom Nichts. Ähm, nee. Also ich genieße da, glaube ich, lieber die Bilder derer, die sie zu uns schicken, die da ihren Dienst, äh, auf der ISS verrichten und, äh, mache das auf meiner Wohnzimmercouch, wo genug Sauerstoff und genug Schwerkraft ist. Meistens, meistens zu viel Schwerkraft. Ja, ja, ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich, ich, ich würde es machen, wenn ich die physischen Anforderungen erfüllen würde, was als Brillenträger und, äh, nicht besonders sportlicher Mensch, ähm, wahrscheinlich gar nicht so einfach ist. Aber gesetzt im Fall, das würde funktionieren, dann hätte ich da, glaube ich, schon Bock drauf, alleine für mal, um mal richtig schnelles Internet zu erleben. Und ich war mir dann so, so, so kuppelt das, dann, guck mal, die Erde da, und ich so, nein, 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 ich habe jetzt hier richtig Internet, sitzt da irgendwo in der Ecke, schwebt, so, langsam rum mit meinem Laptop. Drei YouTube-Streams gleichzeitig, äh. In der ganzen ISS. Naja, es ist, äh, sagen wir mal so, ich, 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 ich zweifle jetzt weniger daran, dass ich nicht dazu in der Lage wäre, das, glaube ich, würde ich hinkriegen, aber der Weg dahin, den stelle ich mir sehr anstrengend vor. Also, ich meine, ich kriege auch, ähm, so ein bisschen, äh, Angstzustände in sehr engen Räumen und so, und das ist dann in so einem, in so einer Transportkapsel oder selbst dann in der ISS, glaube ich, schon stressig, und ich weiß nicht, ob ich das überstehen würde, aber ich würde es, ich würde es darauf anlegen. Kannst halt nicht mal eben an die frische Luft, ne, wenn es jetzt so viel wird. Nee, das kannst du nicht, kannst nicht mal eben an die frische Luft. Ach komm, du machst jetzt einfach Folgendes, du machst ja ein YouTube-Video an. Also, guckst, hörst du die Geräusche an von, äh, von James, äh, Hedfield? Chris Hedfield. Ich wollte sagen, James Hedfield, das ist ein anderer. Kann ich also auch anhören. Du kannst auch anhören, die Geräusche, genau. Ähm, und dann, das reicht mir. Das reicht mir vollkommen. Ja, ja, das stimmt schon. Also, ich glaube, ja, ich wäre, ich wäre kein verrückter Multimilieer, der, der unbedingt. Ins All muss unbedingt. Aber wenn jemand so ankäme und sagt, hier, ich habe ein Ticket übrig rumliegen. Ich wollte eigentlich mit dem Kumpel hochfliegen, aber der hat keine Lust. Der hat gar keine Zeit. Der muss seine Socken sortieren. Wenn du nicht mitfliegen, dann würde ich sagen, hm, wir haben wir. Wahnsinn. Ja. Ja, Joram, ich danke dir ganz herzlich für, für deine Ausführungen. Es war mal wieder ein, ein schöner Trip ins All. Ja. Und, äh, ich hätte dir die Frage ja nicht, äh, gestellt, wenn es mich nicht auch interessiert hätte. Und es war wieder, äh, ich habe ja wieder etliches Neues gehört und gelernt über unsere internationale Raumstation, die im Deutschen auch nicht IRS heißt, sondern ISS, ne? Es gibt ja. Ja. Ja, ja, ja. Und wir benutzen einfach das englische Akronym. Tja. Ja. So, dann bin ich mal ganz gespannt, welche Frage du für mich, äh, auf Lager hast für die nächste Episode. Das ist gar nicht, gar nicht so weit weg vom, vom heutigen Thema, denn als ich mir das Ganze durch, äh, angehört, äh, oder durchgelesen habe zur, zur ISS und wie es da ist, darauf zu leben, habe ich gedacht, das erinnert mich irgendwie, ähm, an andere Maschinen und du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, ähm, es gibt Orte, wo Menschen eigentlich nicht hingehören und das ist halt unter Wasser, äh, und ins All und mich würde interessieren, wie U-Boote funktionieren und ich fände das, glaube ich, ganz spannend als quasi so zum Gegensatz, wie funktionieren U-Boote, die halt nicht mit Vakuum, ähm, sich beschäftigen müssen, wie die ISS, äh, außenrum, sondern mit ihrem Druck unter Wasser und, äh, der Versorgung da und, ähm, ja, ich hab, ich hatte kurz angefangen zu recherchieren, weil ich wissen wollte, wie viele Leute sind denn eigentlich in so einem U-Boot drin und wie groß ist das, aber dann habe ich mir gedacht, die Arbeit mache ich mir nicht. Die überlastet mich. Ja, äh, nur, nur kurz, denkst du jetzt da so in Richtung, äh, Kriegs, äh, U-Boote oder in Richtung Forschungs-U-Boote ist, oder ist das egal? Wie kannst du, das, das wollte ich dir überlassen, ähm, das, was dich mehr interessiert, also ich, äh, das Bild, was man hat, sind, glaube ich, die, die quasi die militärischen großen U-Boote, aber gerade deswegen wäre es vielleicht spannend, über Forschungs-U-Boote zu sprechen, ähm, die es ja auch, äh, nicht zu knapp gibt, ähm, ich hab jetzt natürlich kein konkretes Boot, was ich sagen kann, so wie du mir konkret die ISS nennen konntest, ähm, aber ja, irgendwie U-Boote, wie, seit wann machen wir das überhaupt, warum, ja, ja, und wie ist es in einem U-Boot zu sein? Und vielleicht findest du ja auch Geräusche aus dem U-Boot, oder du spielst einfach von dem Film, das Boot, von Martin Semmelrogge. Ja, das ist tatsächlich so, dass das, ähm, quasi die Unterwasserwelt, ähm, nach dem Weltall so mein zweitliebstes, äh, Steckenpferd ist. Also ich, ich hab schon immer so eine Faszination für das Unerreichbare scheinbar. Mhm. Und, äh, ich hab sogar einen Tauchschein, äh, den ich noch nie genutzt habe, ja, also man weiß ja nie, das ist wie ein Motorradführerschein, ne, ähm, und, äh, ja, übt eine, eine, eine große Faszination, äh, auf mich aus, also die Unterwasserwelt und ein bisschen was weiß ich, U-Boote, bei weitem nicht genug, um einen Podcast damit zu füllen und da werde ich mich jetzt mal beschäftigen mit. Ich muss sagen, wo das, das Weltall mich quasi fasziniert und ich finde es unglaublich, dass wir es schaffen, dort zu sein, erfüllt mich das, die Tiefsee einfach nur mit Grauen. Äh, ich finde, ich finde, immer wenn ich daran denke, ähm, es gibt ja so, es gibt ja so eine, so eine, wenn so plötzlich der, der Seeboden ganz stark nach unten abfällt und dann gibt's so Bilder, wo wir so Taucher da so über die Kante rüber schwimmen unter Wasser und dann in dieses Nichts, in dieses schwarze Nichts hinabgucken, ähm, aber man weiß, da lebt halt was, ne, da gibt es halt Dinge, aber die sehen wir nicht, die können wir nicht, also die sind uns nicht freundlich gesinnt und so, finde ich so viel Grauen erzeugender, Grauen erregender als, ähm, furchterregender als das Weltall, weil wenn ich in das schwarze Weltall gucke, es ist sehr unwahrscheinlich, dass quasi in meinem Blickwinkel tatsächlich irgendwas lebt, aber wenn ich nach unten gucke, ist das ganz anders, deswegen, ja, bin ich gespannt, ob du mir auch da meine, meine, ähm, Sorge oder meine Angst vor der Tiefsee ein bisschen nehmen kannst, indem du mir jetzt sagst, was es für tolle U-Boote gibt, mit denen man die erkunden kann. Nachdem du mir so heimelige Geräusche von der ISS vorgespielt hast. Ja, genau, ich hab dir den Traum von der ISS, ich hab das so ein bisschen kaputt gemacht und gesagt, ja, es ist gar nicht so toll da und vielleicht sagst du mir jetzt in der nächsten Folge so, ey, die Tiefsee, da möchte man unbedingt sein, das ist ruhig und entspannt und warm und wohlig und ich bin gespannt. Kein Druck, bitte. Das wird schlecht unter Wasser. Ja. Nun gut, äh, dann sind wir mal wieder am Ende angekommen erfolgreich. Mhm. Und, äh, wer uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte, der kann wie immer seinen Freunden von uns erzählen, uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen, diese oder jede andere Episode kommentieren, uns eine Nachricht schreiben, uns auf Apple Podcasts oder panoptikum.io bewerten, uns via Flatter unterstützen oder uns anderweitig eine Sache oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast-Klient eures Vertrauens und natürlich auf aha.exklamatio.de. So. Dann war's das für heute. Sehr schön. Macht's gut, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.